Hallo zusammen zu einem neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast. Wieder mit Dan Wiesen neben mir und ich bin Ingo Quendler. Hallo zusammen. Und ja, wir sind beide urlaubsreif, machen jetzt noch einen letzten Podcast bevor es losgeht irgendwann nächste Woche. Und ja, heute reden wir ja kurz über unseren Urlaub, Fahrradurlaub, wie wir das Ganze vorbereitet haben und so weiter. Dann nehmen wir auch das Thema Kettenverschleiß mit auf als Hauptthema. Da haben wir ja letztes Jahr, hast du ja auch letzte Sendung aufgerufen. Was ist mit euren Ketten? Wie lange fahrt ihr die und so weiter? Da sprechen wir nachher drüber. Ja, bin ich positiv überrascht, wie viele Leute darauf geantwortet haben. Ist doch ein Thema, was den Nerv getroffen hat, war gar nicht irgendwie so groß geplant, aber das Feedback an E-Mails, was eingetrudelt ist, war ziemlich groß, gab auch ein relativ großes Feedback auf den Podcast, der ja parallel noch bei YouTube zu sehen war. Finde ich ja immer wieder überraschend. Das gucken doch viele von euch. Deswegen nehmen wir es ja auch hier mit Bild nochmal auf und da werdet ihr erstaunt sein über die Ergebnisse. Ich war auch erstaunt. Tatsächlich ist auch für Feedbacks, für Kommentare oder so, YouTube fast die erste Wahl, weil man da am besten klarkommt mit Beantworten der Fragen, das auch öffentlich zu beantworten. Andere können das mitlesen. Ja, wir müssten uns ja schon mal einmal minimal fast entschuldigen, weil einer einen Kommentar geschrieben hat, ja, viele Videos drehen und Podcasts machen, ist unsere Stärke. E-Mails beantworten, ist nicht unsere Stärke, ist auch unsere Stärke, aber mit manchmal sehr größerer Zeitverzögerung und wir müssen sie natürlich nach Priorität ein bisschen listen. Also wir haben hier das Hauptthema natürlich in Hannover, das Fitting-Thema und den aktiven Radverkauf und ich sage es ja zumindest euch auch, wenn ihr eine kleine Frage, wie lang ist die Schraube, wie viel Millimeter, dann fällt das manchmal ein bisschen unten vor, weil am Ende des Tages schaffen wir nur das, was wir so schaffen, müssen ein bisschen Prioritäten setzen und dann hilft natürlich die Community bei YouTube eine Frage reinzuschreiben, die auch dann andere User auch beantworten können. Ich glaube, wir machen schon nicht den schlechtesten Job. Ich versuche da alles durchzulesen und zu beantworten, wenn dann Fragen sind, meistens so alle ein, zwei Tage. Spätestens bin ich da einmal drin und arbeite das durch und zur Kenntnis nehmen wir es immer irgendwie, weil wir es per E-Mail auch nochmal ins Postfach kriegen und wie gesagt, sonst E-Mails, was mit dem Kunden schiefgelaufen ist, verstehe ich aber auch nicht, weil wir normalerweise wie jede E-Mail beantworten, selbst wenn wir sie nicht beantworten, beantworten wir sie und sagen, hier dauert noch ein bisschen oder so, das macht ja da. Du hast immer mal Leute, die dann darauf empfindlich reagieren, verstehe ich auch tatsächlich. Aber dass er Spam gelandet ist, falsche E-Mail-Adresse, das habe ich auch nicht. Und die E-Mail-Adressen, die für euch wichtig sind, jetzt hier, weil ihr den Podcast hört, wenn ihr ja wirklich etwas an Ingo und mich privat loswerden wollt oder zumindest als Kommentar, vertrauliche Sachen, dann ist das podcast at enjoyyourbike.com. Genau. Und wie gesagt, sonst Kommentare beantworten wir eigentlich fast immer oder zumindest was ganz Schönes, man hat diese Möglichkeit, diesen Gefällt-mir-Button zu drücken, dann weiß man, wir haben es gelesen und schreiben jetzt nicht bei jedem Danke für den Kommentar darunter, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, also das sind eigentlich die kleinen Hauptthemen, die wir so haben, unsere Urlaubsvorbereitung. Und ich denke, das ist eigentlich ein wirklich wichtiges Hauptthema für euch als Feedback, wann muss ich die Kette wechseln, was ist so der Schnitt aus den Feedbacks, die wir haben. Und da kann man merken, die Masse macht es dann, dass ich meine Meinung ein kleines bisschen mehr revidiere, aber ihr werdet es nachher, es kommt zum Schluss des Podcasts oder wir geben die Minuten dann an. Genau, Minutenangaben findet ihr unter dem YouTube-Video oder auch in den Shownotes dann später, wenn das Ganze bei iTunes oder Ähnlichem landet. Das ist auch immer mit dabei. Gut, dann nur kurz in eigener Sache, das Cargo- und Lastenrad habe ich jetzt endlich das Video veröffentlicht. Und zum Zeitpunkt des Drehs standen aber noch nicht die Details jetzt fest, was genau für ein neuer Motor verbaut wird, weil die nächsten Cargon-Lastenräder werden jetzt mit Shimano Steps, glaube ich heißt der, ich muss das hier selber nachlesen, Steps E6100 Motoren verbaut. Du hast deinen mit Conti, ne? Genau, bei mir ist noch der Conti-Motor drin. Die bekommen jetzt tatsächlich auch, glaube ich, irgendwie auch elektronisch gescheitert. Ich habe das selber noch gar nicht gesehen. Das heißt, alles, was jetzt an Cargon passiert, kriegt halt diesen anderen Motor. Und ansonsten ändert sich nicht viel. Es wird, glaube ich, 300, 400 Euro teurer das Rad gegenüber vorher, gegenüber dem Conti-Motor. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr euch für Lastenräder interessiert, ist tatsächlich, wir haben jetzt auch letzte Woche wieder hier einen Kunden gehabt und sowas, es ist wohl teilweise echt schwierig, überhaupt eine Lastenfahrt. Also es sind immer sechs, sechs, acht, teilweise längere Wochen, um auf dem Rad zu warten, egal welcher Hersteller es ist. Und so ist das bei Cargon auch. Die haben jetzt irgendwie, die neue Motorengeneration wird so ab März, April, Ende April spätestens so ausgeliefert, je nachdem, wie das eingetaktet wird da. Aber die Anschaffung von so einem Rad braucht ja auch Zeit. Ja, was ich in dem Video gar nicht so erklärt habe, das ist halt, was halt wirklich toll ist an Cargon, das ist halt wirklich so ein bisschen, hat ein bisschen Manufakturcharakter. Wir sitzen in Darmstadt und die Rahmen werden selber geschweißt und solche Sachen. Das ist schon echt ganz cool. Und alle, die es Probe fahren, sind halt völlig begeistert vom Fahrkomfort. Die sagen, naja, das ist schon so das vom Fahren, das, was momentan wohl State of the Art ist. Ja, die Lenkung ist bei deinem Cargonrad. Mit Zeitzugländung und solche Sachen. Ich muss ich auch sagen, ich bin halt extrem wendig in der Stadt unterwegs, obwohl ich ja eigentlich, in Anführungsstrichen, fahrradmäßig so einen Lastwagen durch die Gegend fahre. Das ist schon echt cool. Dann zum Wahoo Kicker Bike. Das ist ja dieses Indoor Bike, was zur Fotokina, äh, zur Fotokina, sage ich schon, zur Eurobike vorgestellt wurde. Das ist tatsächlich so, dass wir da, ja, jetzt wohl Liefertermin März, könnte vielleicht noch was werden. Ganz sicher ist man da aber auch nicht. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Ich habe jetzt aber, die Videos sind schon länger im Kasten, die habe ich jetzt endlich mal schneiden können. Die gehen jetzt, äh, ja, am Sonntag so das erste hoch. Und während wir, während wir auf La Palma fahren, könnt ihr euch die Indoor Bike Videos angucken, weil ich habe drei Videos tatsächlich gemacht. Eins tatsächlich sehr ausführlich ist, wie ich das Ganze aufgebaut habe, habe auch meinen Sohn mal draufgesetzt, weil es ja auch interessant, ob das gefittet werden kann für Kinder oder kleinere Menschen. Dann habe ich ein zweites Video gemacht, wo ich einfach nur mal so einen Vergleich mache mit, ja, für wen ist vielleicht ein Kicker Setup das Richtige, für wen ist ein Kicker Bike das Richtige. Dann habe ich euch mal meine beiden Setups, wie so mein Kicker Setup und das Kicker Bike dagegen gezeigt. Und als drittes Video habe ich tatsächlich mal mit aufgenommen, wie ich so mein erstes Zwift-Rennen mit diesem Kicker Bike gefahren bin. Vorweggenommen nicht sehr erfolgreich, aber es war ganz interessant mal zu sehen, wie es sich im Rennen macht, ob es sich realistisch anfühlt oder ähnliches. Ja, um den groß vorzugreifen, nur ein Hinweis noch. Das ist sicherlich für jemanden, der sagt, Mensch, dann kommt das im März, vielleicht sogar noch später. Das ist dann rechtzeitig, so was vorzubestellen, auch selbst, wenn ihr es im Sommer kriegt, eigentlich die Vorbereitung für den nächsten Herbst. Weil der Run auf das Rad wird groß sein. Und wir haben viele Vorbestellungen für das Rad. Auch wer denkt, im März brauche ich das nicht mehr? Ja, es könnte eventuell das gleiche Spiel losgehen, wenn dann wieder September, Oktober ansteht. Und ihr wollt es dann haben? Ah, dann kommen erst mal die Kunden, die sich am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gemeldet haben. Genau, da wird man nie genau wissen, wie schnell. Das ist halt nicht so wie ein Kicker, wo man mal eben so einen Container hier rüberschickt, so einen Container mit Bikes. Da sind halt nicht viele drin. Und gleiche Sache, wer da jetzt bevorzugt in unsere Bestellliste reinkommen will, der schnellste Weg ist tatsächlich, einfach die E-Mail an den Podcast zu schicken, dass Ingo und ich euch dann in die Vorbestellungsliste mit aufnehmen können. Ja. Und das ist nicht so, dass ihr dann schon bezahlen müsst, sondern wir machen eine Liste fertig. Und dann in dem Augenblick, wo wir wissen, dass es beikommt, dann wird bezahlt, damit ihr es auch wirklich schnell kriegt. Das ist so die Idee dahinter. Genau. Gut, dann gehen wir weiter zu den Feedback und Fragen nenne ich es mal, weil ich so ein paar Sachen hier eingesammelt habe in den letzten zwei Wochen. Ja, Feedback war ja massiv zu dem Ernährungspodcast, den wir ja eigentlich nicht aufnehmen wollten. Ja, da gehe ich nochmal separat drauf ein, was die Ernährung angeht, weil da gehe ich auf das Thema Wettkampfernährung nochmal kurz ein, weil das haben wir ein bisschen vernachlässigt, aber wirklich nur kurz heute. Aber sonst Feedback, so allgemeine Feedbackfragen, da ging es um das E-Gravel-Bike, was wir ja vorgestellt hatten in dem Video von Look, das E765 heißt es, glaube ich. Und da hat tatsächlich einer gefragt, ja, ist das denn ein Rad für eine lange Radreise? Wie mache ich das? Lange Radreise mit dem E-Gravel-Bike, Akku laden, was mache ich, wenn der Akku leer ist und solche Sachen. Ich habe das Ladegerät auch nicht gesehen. Ist das was, was man gut mitnehmen kann? Nein, wir haben auch gar nicht drüber geredet, aber das Rad ist dafür nicht geeignet. Okay. Also es ist tatsächlich dafür geeignet, wenn du sagst, ich brauche den Motor sehr, sehr selten und ich kann den natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotel bin, dann wieder laden, dann kannst du das Ladegerät ja mitnehmen, das ist gar keine Frage und kannst dann praktisch die Unterstützung über den Tag verteilt, dir natürlich geben. Ja, so war es aber, glaube ich, von dem Fahrerinnen auch gedacht, sodass er zwischendurch einfach mal sagen kann, ich mache den Motor ein. Das kann man machen. Das Problem bei dem Radreise ist immer dann, wenn du ein Flugzeug mit involvierst in deiner Radreiseplanung, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kanarische Insel. Achso, nee, ich glaube, das war jetzt aber tatsächlich hier. Ich wollte es doch aber nur sagen, auch wenn die Frage so nicht war, sage ich das, also zum Beispiel für die Kanarischen Insel oder für Mallorca mit hinfliegen, das geht schief, weil der Akku zu groß ist dafür. Solange ich, was weiß ich, mit dem Auto nach Österreich fahre oder mit dem Zug fahre, irgendwo hin und Dänemark, was auch immer oder um den Bodensee oder all diese einfachen Dinge, wo ich nicht hinfliege, das ist natürlich gar kein Problem. Und dann, wenn man dann sagt, pass auf, ich brauche jetzt nicht 100 Kilometer Motor unterstützt fahren, dafür wäre das Rad ja auch nicht gedacht. Dann funktioniert alles. Aber sonst so Bikepacking-mäßig kann man es schon nutzen. Genau, du hast halt das Ladegerät, das ist nicht klein, das musst du halt auch noch mitnehmen. Kannst du mir zeigen? Jetzt habe ich es in meinem Büro. Nee, ich meine so von der Dimension. Es ist nicht so ein Schuhkarton, aber es ist halt schon ein Ladegerät, wie man das kennt für deinen Laptop. Ein bisschen Platz braucht es. Ja, aber das ist okay. Also es ist jetzt nicht so ein Riesen-Karvenzmann, der jetzt irgendwie ein Kilo oder zwei Kilo wiegt. Es ist nicht nur das Ladegerät für das Telefon. Ja, ja, klar. Aber das kriegt man ja noch irgendwie unter und dann würde man wahrscheinlich mit Motorunterstützung fahren. Und was man natürlich sagen kann, die Fazio-Motoren, die kann man ja auch ohne Motor weiterfahren. Genau, das ist ja das Entscheidende. Das heißt, dass es wirklich nicht das Problem, wenn der Akku dann ausgelutscht ist und leer ist, dann kannst du ja trotzdem noch fahren. Okay, aber es ist tatsächlich dann wahrscheinlich Unterstützung dosiert einsetzen, vielleicht auf Steigung oder so, wo man sagt, da will man jetzt mal ein bisschen schneller hochkommen und so weiter. Für mich erstaunlich waren die Reaktionen, das ist ja doch, ich lasse es jetzt einfach so stehen, weil ich dann auch einfach müde werde, das noch weiterhin zu kommentieren. Wenn man auch nur die Ansatzweise irgendwas mal mit E-Motor in die Gesprächsrunde wirft, wie da manche Leute steil gehen, also wirklich sich gepikst fühlen nach dem Motto, wenn ich Moped fahren will, dann fahre ich Moped oder was das für Kommentare. So Leute steil gehen, wo ich immer dann, bleib doch mal entspannt. Was ich brauche doch das nicht machen, was andere Leute machen oder es gab schon ein paar Sachen, wo ich sage, da sind Leute, die gehen völlig übers Ziel hinaus, bleib doch mal relaxed. Vielleicht mal was rauchen und runterkommen. Das geht gar nicht. Locker bleiben, ist nur ein E-Bike. Dann habe ich noch was ganz Interessantes vom Freund von mir, der fährt ein paar hohe Kicker, den er irgendwie abends nie fahren durfte, weil der Nachbar sich beschwert hat und dann haben wir kurz vor der Sendung darüber gesprochen, hast du gesagt, einer von unseren Freunden hat das sowieso schon auch schon so gemacht. Martin, ja. Es ist wohl tatsächlich die Lösung, dass man eine Holzplatte nimmt mit Tennisbällen drunter sozusagen. Einfach Löcher reinbohren, Tennisbälle, ich glaube, der hat jetzt fünf, sechs Tennisbälle da reingemacht und damit kann man das dann vom Fußboden entkoppeln und somit hat man die Möglichkeit, auch in der Altbauwohnung den Nachbarn unten nicht so sehr zu stören. Ich kann es dann noch mal kurz erklären, damit es so ein bisschen bildlich rüberkommt, wie man das am besten macht. Der Tennisball hat ja einen gewissen Durchmesser und wenn du dann mit so einem, wie heißen denn diese, heißen die Faustenabbohrer oder so ein Kreisbohrer für Holz, dann musst du das Loch natürlich nicht zu klein machen, aber auch nicht zu groß, sodass der Tennisball da oben so leicht drin klemmt. Und dann, der Effekt ist ja der gleiche, den man bei Hi-Fee-Boxen dann auch macht, das hast du doch bestimmt auch schon mal gesehen, dass man Hi-Fee-Boxen auf so eine Art Bälle setzt, wie so Squashbällchen oder so Spitzen tatsächlich setzt, dass die dann praktisch nicht auf den Boden übertragen. Und der Martin hatte das schon gemacht, vor vielen Jahren schon für seinen Trainer. Viele Grüße, der hört ja ab und zu auch den Podcast. Freut man sich ja immer, wenn man mal seinen Namen hört. Und bei ihm funktioniert das auch. Das heißt, er hat keinen Ärger mehr mit den Nachbarn. Also es ist tatsächlich so, der war, ich stand jedes, also es ging wirklich nicht bei ihm. Der hat den ganzen letzten Winter nicht trainiert und dann, Anleitung gibt es glaube ich im Internet, muss man einfach nach Tennisbällen, Kicker oder sowas suchen. Können wir ja für nächsten Herbst auch mal ein so ein Ding bauen. Das ist ja letztendlich nur eine dicke Tischlerplatte, einfach fest genug, nicht so eine dünne, sondern wirklich irgendwie zwei, drei Zentimeter dickes. Ja, wenn ich den mal besuche, kann ich immer ein kleines Video machen. Tennisbälle drunter, fertig. Kann man sich ja mal angucken, kann man einfach hinfahren, die haben es ja schon fertig. Ja, ist ja auch okay. Nee, aber das ist tatsächlich nochmal so ein Tipp, wo ich gesagt habe, das nehme ich hier nochmal mit auf, weil bestimmt vielleicht der eine oder andere Zuhörer das gleiche Problem hat. Und ja gut, man hatte einfach dann den Kicker auf so einer Platte stehen und ich weiß gar nicht, ob man dann, muss man vorne auch ein bisschen ausgleichen, das Vorderrad wahrscheinlich. Du kannst vorne das gleiche machen, wenn du willst. Also einfach nur auf die gleiche Höhe das ausgleichen. Genau. Wenn du eh schon dabei bist, kannst du auch im Baumarkt zwei Platten sehen. Ja. Dann habe ich noch drei kleine Links, die ich ganz interessant fand oder die uns ja auch Hörer geschickt hatten. Einmal, dass das Team KTM jetzt mittlerweile ohne Wattmessung fährt. Das finde ich ganz witzig. Ich habe die Schnauze voll davon, sagt der Teamchef. Und sogar auch also Watt- und Pulsmessgeräte haben die rausgenommen. Ich weiß nicht, was das genau für ein Team ist. Ich verlinke das für euch, könnt ihr euch durchlesen. Das brauche ich jetzt hier nicht zu referieren, was da genau drin steht. Ja, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube, die Mehrheit setzt da voll auf die Technik. Ja, ich auch, klar. Du auch. Ich auch. Naja, und die ganzen Sportler auch. Also wer das nicht weiß, oft fährt Ingo vor dem Teamfahrzeug, in dem ich sitze und sage, Ingo, du kannst noch 30 Watt mehr. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass es, es gibt ja eine breite Diskussion, wo man auch sagt, der Radsport ist ein bisschen langweilig geworden, weil alle auf ihrem Wattmesser genau nur das fahren. Verstehe ich. Und die platzen dann ja noch nicht mehr. Das heißt, früher war das ja schon interessanter. Gut, die haben ja auch gedobt, ohne Ende zum Teil bei diesen Rennen. Aber da war es ja auch mal so, dass einer vorne weggefahren ist und dann irgendwann am letzten Berg ist der komplett explodiert. Und das passiert heute viel, viel seltener, weil die genau wissen, naja, wenn ich jetzt irgendwo... Ich fahre schon 400 Watt am Vorwunten, wenn ich jetzt noch 20 drauflege, ja, es ist... Dann knalle ich weg und dadurch wird das Rennen natürlich ja, teilweise wirklich nicht mehr so spannend, wie es mal war. Also so ein Ausreißversuch, am letzten Berg da wirklich nochmal wegzufahren, das traut sich keiner mehr. Und manchmal wachsen, sind da ja auch Leistungen entstanden, wo man über sich selbst hinauswächst, wo man halt unabhängig vom Monitor dann vielleicht doch nochmal ein Quäntchen draufgegen kann. Nachdem das ja so super geklappt hat mit den Fragen in die Community reinstellen, das wäre ja wieder so eine Frage. Wie findet ihr das? Sollten Leistungsmesser jetzt generell verbannt werden, damit es spannender wird? Oder sagt ihr, also meine Meinung dazu kann ich ja schon kundtun, dann brauche ich sie da nicht reinschreiben. Die Technik ist ja da und die Technik hilft dir jetzt ja nun nicht, dass du mehr Watt in den Muskeln hast, sondern die Technik ist einfach da. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Also Pulsmesser, Wattmesser, wir sind ja sowieso ein bisschen technikgeil. Das heißt, das zu verbannen, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, Brünel hat auch mal einen schönen Kommentar dazu gegeben, übrigens mal in diesem Lance Armstrong Podcast. Da hat er auch mal zu geredet, das kannst du nicht rückgängig machen. Nee, nee, das hängt auch. Ich glaube, was wahrscheinlich passieren wird, ist diese Technisierung, dass ab und zu immer mehr das kommen wird, dass sie die Wattmessung einblenden in der TV-Übertragung, um die wieder spannender zu gestalten. Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das wird manchmal sogar schon teilweise gemacht, aber dann sehr selektiv. Ja, muss man mal gucken. Ich bin da relativ neutral, keine Ahnung. Das ist genauso wie der Tourfunk, wo alle sagen, naja, wenn die Fahrer keine Infos mehr hätten, müssten sie auch anders fahren. Dann müssten sie nämlich tatsächlich das Team vorne fahren und nicht sich hinten ausruhen, um ein Rennen zu bestimmen. Das sind auch so Dinge, die natürlich immer wieder diskutiert werden. Also ich kann von mir aus zum Beispiel eine Sache sagen, bin ja unbedeutend, aber meine schnellste Zeit, die auf jetzt im Triathlon, die habe ich immer gemacht, als ich keinen Tacho hatte. Weil war sowieso, einfach in sich reinhören und gucken, bevor die Augen aus den Höhlen kommen, ein bisschen zurücknehmen. Also nach Körpergefühl fahren. Und von daher, das geht auch. Wir können uns auch gerne zurückbesinnen. Ja, ja. Stimmt. Gut, dann hatten wir einen Kunden noch die Cycle-Meta-App als Tipp geschickt. Die könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr nicht mit dem Fahrrad Tacho fahren wollt. Das heißt, das war jetzt für mich gar nicht so interessant. Ich habe die App auch nicht geladen, weil mir das, dann hatte ich auch nicht die Zeit zu. Aber ich lege den Link zumindest mal in die Show Notes rein, weil das war, zumindest sah das nach einer sehr, sehr umfangreichen App aus und das vielleicht eine Alternative zu Strava und Co. Ich habe sie auch nicht installiert. Die Bilder waren beeindruckend, was man damit alles machen kann. Das ist jetzt ein Feedback vom Kunden, der die empfohlen hat, die wir jetzt aber tatsächlich nicht getestet haben, weil wir beide mit Tachos waren. Und dann setze ich euch noch einen Link rein von Rennrad News. Tatsächlich hat Rudi Pevenasch jetzt eine Biografie geschrieben und das ist ja der Trainer, Mentor von Jan Ullrich gewesen. Und wenn ihr euch diesen Link anguckt, leider das Buch noch nicht in Deutsch oder Englisch erhältlich. Das ist alles Belgisch, glaube ich, ist der. Ist der Belgier oder Holländer? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Zumindest ist es noch nicht in der Sprache, die ich verstehe, veröffentlicht. Das heißt, das Buch werde ich mir definitiv besorgen, wenn es dann irgendwann auch in deutscher Sprache ist. Aber das, was in dem Artikel drin steht von Rennrad News, ist schon hochinteressant. Der geht halt wirklich hinter die Kulissen nochmal, was diese Praktiken angeht. Das Buch ist jetzt nicht in Englisch erschienen. Nee. Ich hätte es doch erst in Englisch herausgebracht. Ja, das war ein bisschen, keine Ahnung. Und das ist ja so ein bisschen mein Gedanke gewesen damals, als das dann 2006 mit Jan Ullrich passiert ist, dass der aus dem Rennen genommen wurde und sonst wie, wo ich gesagt habe, naja, eigentlich müsste man mal auspacken und so ein Buch mal wirklich schreiben, weil selbst Lance Armstrong hat ja noch nicht hundertprozentig ausgepackt. Hier geht es dann mit dazu, dass dann mit der UCI besprochen wurde, wie, wie, was man mit Jan Ullrich macht und so weiter. Das heißt, da sind ja so viele Sachen im Hintergrund passiert, die wären ja hochinteressant. Aber man weiß ja auch nicht, welche NDAs da unterschrieben wurden, damit man das NDA, dass man irgendwie das nicht erzählen darf. Keine Ahnung. Aber ich finde es immer, ich finde es immer noch spannend, was da wirklich passiert ist. Also finden wir jetzt erstmal raus, ob es auf Niederländisch oder auf welcher Sprache ist. Das ist Rudi Pivenasch. Das ist jedenfalls kein Deutscher. Ich kann hier nochmal den Link aufmachen. Ach, hier ist es ja sogar. Der Rudi. Ja, also Ingo googelt jetzt, ob Rudi Pivenasch Belger oder Niederländer ist oder? Wenn sie die Anweisung von Tschetschenium und Fuentes und sonst wie. Ja, aber gibt doch einfach. Der Blutbeutel wurde sorgfältig in leere Milchkartons. Also jetzt ist Schluss hier. Wir werden das dann mal gucken. Niederländisch ist es. Niederländisch. Das heißt, wir werden jetzt irgendjemanden finden, der uns das Buch übersetzt. Ja, es wird ja früher oder später kommen, aber zumindest lestet ihr euch da. Also der Artikel war schon interessant genug. Also das Buch wird spannend, denke ich. Gut, dann muss ich jetzt leider nochmal ganz kurz alles nachholen, was ich bei der Ernährung ja ein bisschen vernachlässigt habe zum Thema Wettbewerb. Naja, also erstmal gab es sehr viel Feedback zu den Ernährungspodcasten. Netterweise, zum Glück auch positiv, weil ich auch ein bisschen die Befürchtung hatte, hoffentlich kommt jetzt nicht ein Shitstorm gegen Veganer oder irgendwas. Ne, war durchweg positiv und auch ein paar nette Tipps irgendwie. Ich habe jetzt nicht alle hier oder so, wo dann Leute zurückgeschrieben, wie sie das umgestellt haben oder welche Anregungen oder auch Leute, die sich angeregt gefühlt haben, das mal auszuprobieren. Das hat mich am meisten gefreut, dass manche so geschrieben haben. Wir haben es ja auch ehrlich gemacht. Das ist ja wenigstens der Punkt, wo wir sagen, wir haben ja nun alles so frei nach Schnauze hier dargelegt. Was wäre jetzt dann unzufrieden, das ist ja auch in Ordnung. Das muss uns auch nicht jeder mögen. Aber was mich am meisten gefreut hat an der Sache ist, dass ein paar Leute gesagt haben, naja, so ein paar Denkanstöße sind doch auch mal ganz brauchbar. Fand ich gut. Also was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich auch, wo ich relativ viel Arbeit reingesteckt habe, ist so eine kleine Linkliste unter dem letzten Podcast, wo ich wirklich ja diese ganzen Sachen, die ich im Podcast so erwähnt habe, sei es ein Buch oder irgendein Öl oder was auch immer, habe ich zumindest mal das, was ich so halbwegs finden konnte, auch nochmal rein verlinkt und da würde es sich schon fast lohnen, irgendwie so einen Bereich auf einer Webseite zu schaffen, wo man mal die ganzen Links reinpackt, die wir im Podcast erwähnen. Weil da ist immer wieder irgendwas Interessantes dabei. Das ist nicht immer gleich alles sofort für jeden einfach findbar. Wo sind eigentlich die Shows? Ja, dann suchst du, dann suchst du erst mal oder du guckst nach einem halben Jahr, wo war denn der Link? Aber wir haben es jetzt erstmal unter die Folge alles gepackt. Das heißt, das ist nochmal ganz wichtig, da könnt ihr nochmal gucken. Dann müssen wir uns nochmal bei den Bayern entschuldigen. Ich nicht. Ich muss mich bei den Bayern entschuldigen. Ich kann mich allerhöchstens bei den Dortmundern entschuldigen, aber auch nicht wirklich, weil das war nun wirklich Zufall. Da kamen jetzt zwei, drei Kommentare, also die kennen jetzt mittlerweile auch schon was veganes. Nein, das war tatsächlich... Das musst du noch kurz aufklären für Leute, die den da vor nicht gehört haben, den Podcast. Genau, ich habe halt gesagt, dass es in Bayern schwierig war, da veganes Essen zu bekommen und da habe ich das so ein bisschen über einen Kamm geschert. Also das ist tatsächlich so wahrscheinlich, also warum ich überhaupt auf Bayern gekommen bin, verstehe ich gar nicht. Ja, du hast da Urlaub gemacht, glaube ich. Ich habe da irgendwann mal Urlaub gemacht und einen veganen Salat bestellt, was ja eigentlich nicht so das Riesenproblem sein soll. Dann haben sie mir da ein Ei draufgelegt und seitdem hängt das halt so, wo ich sage, oh... Und Leute, das kann dir in Flensburg genauso passieren. Ja, ja, und dann habe ich halt mir darüber nachgedacht. Wir waren mal in so einem Kurztrip im Emsland oder so und dann da auf dem platten Land, das war auch schwierig. Ja, was hatte ich hier? Wir waren essen, da hatte ich dir noch die Karte gezeigt, nachdem wir darüber geredet haben. Wir waren mexikanisch essen und dann stand dann auch irgendwie ein Salat vegetarisch drin mit Putenfleisch. Auch wieder interessant. Also diese Dinger werden niemals enden. Ja, also ich glaube, das haben aber zum Glück, die Kommentatoren haben das auch mit Humor genommen und es ist halt tatsächlich so, wenn du, je näher du an Großstädte bist, ist es immer einfacher, irgendwie was Veganes auf der Karte sowieso zu finden und so weiter. Also das ist so... Na, ich denke schon mal, die Leute kriegen das schon mit, dass wir... Dann habe ich das... Keinen in die Pfanne hauen wollen. Genau, dann hat einer nochmal das Thema Zucker angesprochen und da hat er mir auch einen netten Link geschickt von Professor Medjörg Spitz und da habe ich mir gleich drei andere Videos von dem auch reingezogen, weil das ist ein... Wie nennt er sich? Hochinfiziöser Gesundheitserreger. Das ist zumindest lustig. Ja, ja, und der macht ganz interessante Vorträge, nicht für Sportler, sondern eher für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht auch ein bisschen abnehmen will oder vielleicht irgendeine Krankheit hat und sonst wie und geht halt auch darauf ein. Also wirklich hochinteressant und dann gibt es hier so ein kurzes Video, das verlinke ich, ich verlinke mal die ganzen... Auch bei YouTube, ja. Genau, ich habe drei Sachen von ihm. Einmal kurzer Film bezüglich Zucker, das sind so sechs, sieben, acht Minuten, das ist hochinteressant. Dann Fit mit Fett ein Leben lang, das ist ein anderthalb Stunden Vortrag, aber der ist auch relativ kurzweilig. Vor allem am Ende kommen so ein bisschen Frage, Antwort aus dem Publikum, was noch hochinteressant ist. Und dann hat er noch irgendwie gemacht, warum Demenz und Depression kein Schicksal sind, kann man sich auch mal angucken, aber da wiederholt sich auch einiges aus diesen anderen Vorträgen. Und der propagiert halt auch so diese Nummer, weniger Kohlenhydrate zu essen, keine Fruktosebomben und ja, was weiß ich, Süßgetränke und was auch immer, weil er halt sagt, das macht letztendlich die Leberfett und so weiter. Und das ist ja auch das, was Bas Kast in seinem Buch geschrieben hat. Also alles auch so, wo ich sage, das ist jetzt nicht irgendwie so ein neuer Guru, der irgendwie was Neues erfindet, sondern relativ medizinisch alles fundiert mit Studien hinterlegt und so weiter. Und er sagt halt, was ganz witzig ist, er sagt halt, ja, Zucker ist überhaupt gar kein Problem. Früher, als wir Menschen brauchten den Zucker, um halt tagsüber jagen zu gehen, zu wandern, was auch immer Menschen so gemacht haben. Und mit den Bürojobs, die man heute hat, ist das halt Quatsch, weil wir es nicht mehr brauchen. Der meint dann Marathonläufer, natürlich muss der vor, natürlich kann man Zucker essen, wenn man hinter dem Marathon läuft, aber halt nicht so dieser normale oder so Menschen, die wirklich keinen Sport machen, jeden Tag ins Büro. Da sagt er, ja, was sollen die mit Zucker? Bringt halt nichts. Also es ist hochinteressant. Und er hat auch so einen Punkt rausgebracht, leider mit Tierversuchen, wie das halt immer so ist in diesen Studien, wo er gesagt hat, dass mit dieser Zuckersucht, dass der Körper ja auch eine Sucht entwickelt. War das der Test mit den Ratten? Ja, ja. Tatsächlich, da haben sie irgendwie Ratten getestet, denen haben sie Kokain und Zucker gegeben und haben sie irgendwie beides ja Sucht oder Kokain als Suchtmittel und die sind dann aber lieber zum Zucker gegangen später, wobei man auch nicht weiß, ob das nur die Geschmacksnerven sind oder was auch immer. Aber das Zuckersüchtig macht, so ein bisschen, das wissen wir ja alle, weiß ich selber auch. Also einmal, einmal die morgens Nutella-Brötchen, immer ein morgens Nutella-Brötchen. Irgendwie kommt man ja auch nicht immer runter von dem Zeug. Ja, den Test hätten sie ja auch mit mir machen können. Hätten sie gar nicht die armen Ratten nehmen müssen. Ja, ja. Ich hätte auch den Zucker genommen. Oh, jetzt habe ich das hier aus Versehen angemacht. Nee, also das, wie gesagt, kann man sich mal angucken. Also es ist mit dieser Zuckergeschichte, das gehört natürlich eigentlich bei mir auch relativ gut dazu, dass ich das versuche zu vermeiden. Und das ist auch bei YouTube alles, ja. Genau. Und diese Nummer, dass das halt tatsächlich auch Leber verfetten kann, so ist halt hochinteressant. und im Grunde ist das schon, also der ist in den langen Vorträgen, ist ja auch ganz cool drauf, weil er sagt, naja, die Ernährung ist das Einfachste, was man mal so eben ändern kann, damit es einem besser geht. Oder damit man abnimmt, was auch immer. Also die ganzen anderen Sachen, wo er sagt, naja, dreimal die Woche Sport treiben, dann müssen wir erstmal einen Arsch für hoch kriegen. Ernährung kann man auch mal so nebenbei sozusagen verwissen. Das ist ganz interessant, wie er das so... Ich gucke mir die mal an. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, bleibt vielleicht was hängen. Das ist auch schöner Leben. Und propagiert auch Vitamin-D-Einnahme, das ist auch nochmal ganz hochinteressant und schlüssig, relativ hochdosiert, sagt bei Erwachsenen 4.000, 5.000 Einheiten am Tag. Ja, aber da gab es auch andere Kommentare, das sollte man vielleicht mit der Dosierung doch mit seinem Arzt mal absprechen. Genau, würde ich sowieso, würde jetzt keinem sagen, nimmt diese Tabletten oder was auch immer. Und da kann man sich den Vortrag auch mal hören, das hört sich alles so ganz schlüssig an, weil er heute auch sagt, naja, die Zeit, wo die Sonne scheint, sitzt man halt im Büro, selbst im Sommer. Er meint, selbst im Sommer hast du ein Problem, wenn du nicht den ganzen Tag draußen arbeitest. Genau, dann gehen wir mal kurz noch auf das Thema Wettkampfernährung ein, weil das ist tatsächlich was... Ach nee, eine Geschichte noch, da lege ich das, weil auch immer wieder gefragt wird, welche Vitamine und Multivitamine und sowas, ob ich da irgendwas nehmen würde. Und da verlinke ich einfach mal das Video, die Vitamin-Lüge, seitdem ich dir das gesehen habe. Ist für mich Vitamin C, und diese ganzen Geschichten mache ich gar nichts mehr. Also bis auf Vitamin D und B12 kommt mir nichts mehr irgendwie in Tablettenform ins Haus. Kann man sich angucken, fand ich ein sehr, sehr gutes Video. Also ist vom NDR irgendwie dreiviertel Stunde. Und das hatte jetzt auch irgendwie nicht nur den Touch, dass wir nun Veganer und Vegetarier sind mit den Zusatzmitteln, gerade was Vitamin D angeht, das gilt auch für den Fleischesser. Ja, und B12 auch. Das war jetzt ja nur, das haben manche Leute dann vielleicht falsch verstanden und sagten, einer hatte geschrieben, wenn ich so viele Zusätze nehmen muss, dann kann die Ernährung ja nicht richtig sein. Genau, das Argument höre ich natürlich sehr, sehr oft. Ich wollte es ja nur nochmal entkräften, wollte ich sagen, das gilt ja für die für die Fleischessende Fraktion genauso. Das heißt, was hat Vitamin D jetzt mit vegetarisch und vegan zu tun? Es ist tatsächlich so, B12 und Vitamin D ist für beide wichtig. Beziehungsweise der Fleischesser, warum ist das Vitamin B12 in seinem Fleisch? Das ist der Podcast davor. Den kann man sich anhören. Genau. Wettkampfernährung ist vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis wert, aber halt es halt, mach es knapp, ich kann nicht sitzen. Ich überlege jetzt, ob ich den Podcast im Stehen mache. Ja, ja, der Hintergrund dazu, du bist am Wochenende leider gestürzt, ne? Kann ich im Stehen machen? Nee, geht auch nicht. Ja. Aber der Helm ist heile. Der Helm ist heile und das ist das Übliche, ne? Seitliche Hüfte geprellt. Wie heißt der Fachbegriff für unsere Anfänger? Tapete. Tapete ab. Ja. Aber du weißt auch nicht genau, wie es war. War nasse Straße, ne? Ja, war nasse Straße, aber ich hatte auch super Reifen. Alles war eigentlich perfekt gesetzt. Sie war so ganz Klassiker, ne? Mittags ging der Flug nach Paris am Samstag. Ich sagte zu Olaf, komm, lass uns mal eine schnelle Runde noch drehen. Eine kleine, kurze, zügige Runde morgens, bevor ich in diesem Flieger steigen muss. Und das war, die schnelle Runde war, bin froh, dass ich den Flieger noch gekriegt habe. Ja, ja. Wo waren das? Bei Einbeckhausen bin ich da aus der Kurve geflogen. Also schöne Rechtskurve, Gott sei Dank keine Linkskurve, ich bin ja am Lenkenknie operiert. Einbeckhausen, Einbeckhausen, also das heißt, in der Abfahrt noch? Ja, ja, natürlich in der Abfahrt. Die letzte in der Abfahrt? Der vorletzte war es. Ja, okay. Und dann einfach weggeflogen aus der Kurve. Ja, das ist dieser Spagat, die man dann hat. Es ist nasse Fahrbahn, vielleicht ein bisschen zu viel Schräglage. Nehmen wir jetzt mal das Positive, ist nichts gebrochen. Ohne, ja, ja. Wie das so heißt, es ist nur die Tapete weg, aber es ist natürlich dann... Das sind eigentlich die guten Stürze, wo der Kopf und die Wirbelsäule und keinen Knochenbruch hast, ist dann immer so, ist zwar lästig, jetzt hast du eine Woche irgendwie seitlich nicht schlafen, aber... Eine Woche seitlich nicht schlafen, das will ja jetzt mal drei Wochen nicht gehen. Doch, 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 das geht schnell. Doch, 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 das geht schnell. Das Schöne ist immer mit der Wurzelbürste die Wunde ausbürsten, das macht keinen Spaß. Das machst du? Okay. Das willst du ihn sonst machen, der Dreck muss ja raus. Ja, aber nur einmalig und danach jetzt nicht mehr. Ja, aber einmalig reicht schon, um das Haus zusammen zu schreien. Ja, alles ein bisschen blöd jetzt vor dem Urlaub. Aber na gut, aber gutes Beispiel auch wieder, fand ich jetzt, ich habe auch einen neuen Helm getestet dabei und das war jetzt ein Running Gag, dass ich sage, der Helm ist heile. Auch krass, ne? Nicht die kleinen, also, was man so für Reflexe hat, ja? Also du hast dann den Kopf nicht aufgekommen. Genau, genau. Also, ich finde es halt nur interessant, dass der Helm hat nichts. Es gab null Kontakt. Ja, ja, und seitdem propagierst du ja auch ohne Helm zu fahren, weil es sowieso keinen Sinn macht, ne? Das wird hier komplett falsch verstanden, ne? Also ich weiß nicht, ob jeder den Humor jetzt komplett mitkriegt. Aber es ist trotzdem für mich interessant, dass ich auch noch nicht mal einen Hauch Kontakt mit dem Helm am Boden hatte und ich war nicht langsam. Dass man da schon diesen Igel-Effekt hat und schon weiß, wenn ich schnell den Berg runterfahre, nun ist es passiert. Das ist ja das Gute, bei seitlichen Stürzen schaffst du es ja meistens, das abzufedern, aber als ich auf La Palma gestürzt war, bei mir hat der Helm tatsächlich aufgeschlagen, damals seitlich. Na, bei mir war jetzt eine Sache, es war schon klar, dass ich am Limit die Kurve fahre bei Nässe. Vielleicht läuft da, ich bin da kein Psychologe, vielleicht läuft da im Kopf schon dieser Prozess, naja. Okay. Und bei dir war es ja tatsächlich, du hast damit nicht gerechnet, so ein Überraschungseffekt. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich wegfliege, aber ich wusste schon, kritisch. Ja, vor allem hattest du, im Gegensatz zu mir, wahrscheinlich so einen Sturz, wo du auch so richtig weggerutscht. Rad geht zur Seite, du kriegst das mit, du rutschst ein bisschen auf der Straße rum und bei mir war es tatsächlich überraschend Schotter und ich habe so schnell noch nie auf der Seite gelegen. Das heißt, das ging so, wupp, innerhalb von Sekunden, weil die anderen Stürze, die ich kenne, hast du immer noch so eine halbe Sekunde Zeit, dir Gedanken zu machen, dass du gleich hinfällst und da war es so, wupp, ich lag schon, da habe ich erst gemerkt, dass ich lag, habe ich haarscharf am Oberschenkelhalsbruch vorbei. Das hat man später im MRT gesehen. Aber wenn wir Podcasts unter drei Stunden machen wollen, es hilft, wenn man nicht sitzen kann. Ja, ja. Wenn ihr hier dann seht, ach ja, mach hin mit dem Thema Ernährung, dann liegt das nicht daran, dass er Ihnen das... Nein, das mit der Wettkampfernährung, da können wir jetzt wirklich mal nicht abschweifen, da können wir ja noch ein paar Sachen zu sagen, aber es ist auch nicht viel zu erzählen, was zur Wettkampfernährung geht. Also es gibt tatsächlich zwei Dinge, es gibt die Geschichte, vor dem Wettkampf, wo man gerne den Fehler macht, sich einen Abend, also gerade bei so einem kurzen Triathlon, zwei Stunden oder so, wo man sich gerne sagt, okay, morgen ist Wettkampf, heute Abend knalle ich mir mal drei Portionen Nudeln rein. Also ganz normal am Abend vorher essen und möglichst jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwas vollgemüsig, blähendes oder sonst was, was da lange zur Verdauung braucht oder so. Vielleicht da einfach normal, die typischen Nudeln mit Tomatensauce sind, glaube ich, nicht schlecht. Aber es reicht die Portion, die man sonst auch gegessen hatte. Dann bloß nicht jetzt mit Carbo-Loading und sagen, ich esse drei Portionen schon mal auf Vorrat. Das ist ganz interessant, wenn du so bei den Events bist, gerade so bei den großen City-Marathons, wo dann dieses Carbo-Loading am Abend davor, dann stattfindet dieses, was man ein Pasta-Party nennt oder so, wenn die Leute völlig über die Stränge hauen, oh, morgen muss ich einen Marathon laufen, aber mit so einer Kugel schlafen will. Ja, ja, du schläfst ja auch schlecht, wenn du vollgefressen bist. Also beteiligt ihr euch nicht an diesen übermäßigen Fressen vor dem Wettkampf. Ja, aber es ist ein wichtiger Tipp, den habe ich auch, ich habe das auch mal, damals vor meinem ersten Ötztaler, habe ich das auch gemacht und die ganze Nacht nicht richtig pennen können, weil du viel zu viel gegessen hast, weil du dachtest, am nächsten Tag hast du so einen riesen, anscheinend totaler Blödsinn, der Körper hat genug Reserven. Gute Erfahrung habe ich tatsächlich früher gemacht, wenn ich halt gesagt habe, der Wettkampf ist dann Sonntag, dann am Mittwoch nochmal eine Einheit machen, die vielleicht so eine kleine Spitze dann gibt. Das fand ich immer ganz gut, aber natürlich nicht lange. Und dann nochmal da, dann eher so drei, vier Tage vorher einmal die Kohlenhydratsspeicher richtig auffüllen. Der Abend davor ist falsch. Genau, und dann kann man am nächsten Morgen, wenn man sagt, ich esse jetzt so mein typisches Vollkornmüsli und eine Stunde später oder zwei Stunden später ist mein Zehn-Kilometer-Lauf am Anschlag, Karkotzgrenze, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, ihr könnt, wir haben ja erzählt, viel Vollkorn und möglichst kein Weißmehl und sonst wie am Wettkampftag ist das perfekte Frühstück Weißmehl mit Marmelade. Also irgendwie ein Toast oder ein Brötchen mit Marmelade, weil das ist, es füllt den Magen, es ist leicht verdaulich, hat wenig Nährstoffe, die brauchst du aber auch in dem Augenblick nicht und der Zucker geht natürlich sofort ins Blut. Man kann auch noch, mache ich ganz gerne, eine halbe Stunde vorher oder eine Dreiviertelstunde Sport vorher, aber nicht viel näher dran am Wettkampf, dass ich vielleicht noch mal so ein Gel nehme oder so ein flüssiges Gel, wo du da sagst, okay, jetzt noch einmal irgendwie den Körper anspornen. Das kann man machen, muss man nicht machen. Bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut, weil sonst ist doch die Gefahr, wenn du morgens so dein dickes Müsli isst, wie du es sonst auch gewohnt bist, dann kannst du auch mal Seitenstechen kriegen oder dir liegt das komisch im Magen oder sonst wie da, ist es tatsächlich angesagt, ungesund zu essen. Das ist ganz interessant eigentlich. Für mich ist, auch wenn ich da mich wiederhole zu dem letzten Podcast, das gehört halt in diese Sache nochmal rein, wer das nicht gehört hat, entscheidend bei längeren Wettkampfen ist, dass man, und das dafür gilt auch schon natürlich, wenn man einen Marathon läuft und muss ja nicht nur der Ironman sein oder auch eben eine ganz lange Radfahrt macht oder dass man mal guckt, was wird vom Veranstalter gereicht, komme ich mit den Produkten, die da gereicht werden, gut klar. Mit Bananen und Keksen kommt man in der Regel immer gut klar. Das wird tatsächlich bei vielen Langdistanz-Triathlons auch gereicht, also Bananen sowieso immer. Aber es geht schon so weit, dass ihr bei den Gels sagt, Mensch, diese Gelsorte, die funktioniert gar nicht bei mir und dass man halt sagt, wenn da bei der Veranstaltung das und das Produkt angegeben ist, testet das, ob ihr da euch wirklich drauf verlassen wollt oder ihr sagt, ja, es ist schön, dass die Gels da kostenfrei im Wettkampf angeboten sind, aber ich nehme lieber meine eigene. Ach so, wenn man jetzt natürlich irgendwie irgendwas im niedrigen Intensitätsbereich macht, sagt, vielleicht nicht beim Laufen, aber man sagt, man macht einen Radmarathon. Da ist es auch okay, morgens die Haferflocken zu essen, aber das mit dem Weißbrot war jetzt tatsächlich die Geschichte. Für eine RTF brauche ich jetzt ja nicht Bananen. Genau, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast, was weiß ich, einen Triathlon-Kurzdistanz, zwei Stunden am Anschlag, da ist es dann blöd, wenn du da eine Portion Haferflocken mit dir mitschleppst, die dich irgendwie den ganzen Tag da nervt. Das muss man natürlich den Unterschied machen. Wenn ich jetzt irgendwie ein Albextrem oder so 200 Kilometer fahre, da ist mir egal, was ich morgens esse, da fahre ich aber auch nicht morgens gleich Puls 180. Ja, weil kurzes Trans-Triathlon, nehmen wir jetzt auf Triathlon, weil das noch mehr unser Gebiet dann ist, wenn man da jetzt einen 40er-Schnitt fahren will und sagt, ich muss da irgendwie zwei Gels reinjagen, ja, die nimmst du ja auch mit. Genau. Also da brauchst du dich ja auch nicht auf dem, willst sowieso nicht was greifen mit der Hand bei der Top-Speed, da greifst du dann eben kurz in deine Täschchen und holst dann dein eigenes Gel raus. Genau, sonst im Training ist es tatsächlich so, weil viele ja sagen, mit nüchternem Training ist zum Beispiel meins gar nicht. Nüchtern Training funktioniert nicht. Da habe ich eher so das Gefühl, dass ich anfälliger werde und mir meine Erkältung einfange als alles andere. Also das habe ich komplett mit aufgehört und das ist glaube ich auch. Das machen viele Leute, die ich kenne. Sehr viele. Aber ich habe jetzt schon viel gehört, dass die Tendenz dazu geht, dass man das, wenn überhaupt, nur eine halbe Stunde macht und viele auch sagen, na, kommt auf den Typ drauf an, Typ, der das trainiert und eher davon wieder weggehen. Also das würde ich auch nicht mehr machen. Ansonsten im Wettkampf haben wir ja schon gesprochen, naja, am liebsten würde ich natürlich essen eigentlich. Da habe ich auch schon viel experimentiert. Selber Cliffbars machen. Datteln habe ich versucht zu essen, Nüsse. Und dann habe ich jetzt mir so Riegel mal selber gemacht aus Datteln, Nüssen, Kakao, Salz und so weiter. Aber irgendwie lande ich dann doch wieder immer beim Gel. Ist das Einfache, ist more convenient irgendwie, keine Ahnung. Ich habe sogar mit Honig, früher habe ich gesagt, Zucker, Honig ist ja auch Zucker. Da habe ich einfach Honig genommen. War aber auch nicht so das Wahre. Also irgendwie funktionieren diese Gels mit diesen Maltodextrinen immer noch am besten. Aber das muss jeder selber mal ausprobieren. Es gibt ja auch diese Geschichte, dass man sich Gels aus Schia-Samen macht. Bei mir auch hat keine Energie angekommen. Das hat wirklich nicht funktioniert. Aber das ist vielleicht auch eine Typfrage. Bei manchen Wettkämpfen gibt es solche sogenannten Special Needs Bags. Das heißt, die werden zum Beispiel jetzt, früher war das beim Ironman Canada und beim Ironman Land so rote. Bei Frankfurt, Hamburg weiß ich das nicht. Da habe ich nicht dann teilgenommen. Hast du so einen Beutel gekriegt, Special Needs. Da konntest du dann reinpacken, das, was du bei Kilometer 120 dann auf der Radstrecke haben willst. Also meistens war es so ein kleiner Umhängenbeutel. Kannst du natürlich auch wirklich anhalten und das in Ruhe sortieren. Brauchst du nicht wie so ein Tour de France-Fahrer. Und da habe ich zum Beispiel früher auch tatsächlich so salziges Laugengebäck reingepackt, weil ich einfach mich gefreut habe, da so ein salziges Brezel zu bekommen. Ja, beim Edtseiler gibt es das auch mit den Dings. Ja, das ist so. Ein Special Needs-Bag? Ja, ja. Den kannst du auch vorher abgeben. Zwei Stück, glaube ich. Okay. Bei so einer großen Veranstaltung. Ja, ja. Da hatte ich, glaube ich, Kleidung drin, wo ich für die Berge, für den letzten Berg nochmal Kleidung, einfach Wechselkleidung drin hatte. Die brauchte ich nicht, aber das war so auch so eine Variante. Das ist jedenfalls auch noch mal ein schöner Tipp zu gucken. Bietet die Veranstaltung bei euch die Möglichkeit, so einen, ich weiß es gar keinen, also so einen kleinen Verpflegungsbeutel, Special Needs oft genannt, abzugeben, dann packt da rein auf das, was euch freut. Ja. Auch wirklich was, und wenn es die Smarties sind oder irgendwas, wo ihr sagt, ach, da freue ich mich drauf. Ja, ja. So als Belohnung. Ja, das sind vor allem diese Marathon-Geschichten oder diese ganz langen Dinge. Da, wie gesagt, da ist auch wieder weg vom Gel und was Richtiges essen. Wenn man nicht gerade Jan Frodeno ist, der die ganze Zeit am Anschlag da rumfährt, kannst du halt auch sagen, naja, es gibt Leute, die sich in Hawaii irgendwie Kartoffelsalat reichen lassen, weil sie da Bock drauf haben. Dann ist es das halt. Das ist auch bei der Tour, die wir gemacht haben. Bei Trontam Oslo hatten wir ja nun einen Freund, der ein Auto gefahren ist. Freut man sich tatsächlich auch auf so eine Tütensuppe. Ja, ja, genau. Sonst esse ich keine Tütensuppen, aber das war okay. Nee, ansonsten, wie gesagt, sonst, ja, aktuell, ich mache das für dieses Jahr, habe ich es mir vorgenommen, halt normal die Gels für die Kohlehydrate, bisschen Salz im Wasser, entweder über Tabletten oder über einfach eine Messerspitze Salz ins Trinkflasserwasser mit rein. Keine Kohlehydrate mehr ins Wasser, habe ich mir vorgenommen. Ich habe viele Kommentare auch zu den Schweden-Tabletten. Ja, genau. Das ist ja auch schon seit Ewigkeiten Salz-Tabletten. Ja, und dann halt die Riegel oder halt auch mal am Bäcker einhalten, sich ein Brötchen reinziehen für diese langen Ausfahrten, wo man sagt, das ist jetzt was, wo man nicht am Anschlag fährt. Das sind so meine Geschichten. Dann können wir es damit auch abschließen. War es jetzt kurz genug? Ja, ne? Das war kurz genug, aber ich kann immer noch nicht sitzen. Ich setze mich mal ganz schräg hier drauf. Vielleicht geht das besser. Oh, das ist ja echt, ja, lästig ist das. Nicht zum Glück nicht, lästig ist es trotzdem immer. Egal, wenn es eigentlich gut gegangen ist. Naja, zumindest haben wir auch mal genug Material. Das ist das Schöne am Radsport, wenn man in der Blase ist, Material zu verkaufen. Es ist schön viel kaputt gegangen. Was ist was denn eigentlich? Ja, meine Hose und meine beiden Hebel. Ach, die musstest du austauschen? Ne, ich habe sie noch nicht ausgetauscht, weil ich jetzt keine Zeit hatte. Ich bin ja gerade erst wieder zurück aus Paris. Ach so, okay. Also ich habe jetzt einfach nur den... Aber die musst du austauschen. Die sind wirklich defekt, oder wie? Die Hebel von der Funktion sind noch da, aber die sehen aus wie Kaut und Rüben. Also zumindest musste ich die Hütze mal, die müssen schon mal ausgetauscht werden. Okay, okay. Ja, und dann ist ja klar, der Lenker muss weg. Wäre voll auf den Lenker geflogen. Naja, nach dem Sturz Lenker, auch wenn man nichts sieht, keine Bruchstellen, dann doch lieber weg, oder? Ich weiß, wie viele Leute von euch das gerne tolerieren, aber den Karbonlenker, so leid es mir tut, das darf jeder selber entscheiden. Mein Lenker kommt runter, kommt ein anderer drauf. Ja, würde ich jetzt auch so denken. Und das hatten wir schon auch bei dir besprochen. Die Lebensversicherung, ne? Das ist... Wir machen vielleicht viel Blödsinn und viel Quatsch und fahren zu schnell den Berg runter, aber Material darfst man nicht scheitern. Ah, okay. Ja, gut. Das ist der Preis, den man bezahlt. Dafür machen wir... Wie heißt das so schön? Dafür trinke ich keinen teuren Wein. Genau. Dann muss ich das ja irgendwie... Die Zigaretten sind schon die Heiligen. Zigaretten, super. Ich weiß gar nicht, was es heute kostet, wenn man raucht. Bestimmt 100, 150 Euro im Monat, würde ich mal denken. Was kostet eine Schachtel? 5 Euro? Naja, und in 30 Tagen bist du mit 150 Euro dabei. Also anderthalb Monate und der Karbonlenker ist bezahlt. Irgendeine Rechnung für sich selber muss man ja machen, dass man das alles rechtfertigt. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema rüber. La Palma. Haben wir noch nie drüber gesprochen hier. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass wir über La Palma reden. Wir nerven die Leute total ab. Aber für diesen Urlaub haben wir uns auch wahnsinnig viel Neues überlegt. Genau. Also wir sind bisher La Palma immer mit Rennrädern gefahren. La Palma wird oft verwechselt mit Palma de Mallorca. Wir reden nicht über die Balearen. Wir reden über die Kanaren. Genau. Und da gibt es ja auch noch La Palmas auf Gran Canaria. Ja, aber das ist ja die Stadt dann. Ja, ja, aber das könnte man sicherlich auch noch verwechseln. Also wir sind auf der Insel La Palma. Die drittschönste Insel der Welt, glaube ich. So könnte man es sagen. Okay. Wie Jamaika ist, glaube ich, davor und irgendeine andere. Und vor allem eine, wenn nicht die steilste. Das wird schon eine der steilsten sein. Also keine, also wirklich nichts Flaches. Das Flachste ist eine so eine Passage, wo zwei, drei, vier Prozent nur sind oben um vielleicht für drei, vier Kilometer. Das ist also die Insel für die Wanderer und eigentlich Downhill-Mountainbike ist da auch ein großes Thema. Genau, genau. Wir fliegen da schon öfter hin. Wir können, also kann ich euch den Tipp geben, wir haben schon viele, viele Videos gemacht. Ich glaube, im ersten Jahr, da haben wir noch gar nicht in die Kamera gesprochen, da habe ich mal so drei Videos mit Musik hinterlegt gemacht. Einfach schön eindrücken. Ja, unser Channel, aber auch gar nicht bekannt. Genau, mit ein paar Drohnenaufnahmen und so weiter. Ich glaube, die liegen alle in einer Playlist. Ich mache da mal, ich verlinke das mal. Ja, also wir reden deswegen da öfters drüber, weil das unser Ort der ersten Wahl ist. Also schon auch über viele, viele Jahre. Und letztes Jahr haben wir ganz, ganz coole Vlogs gemacht, wie wir da hochgefahren sind und so weiter. Ich glaube, es sind auch zwei Videostores geworden, wenn ich mich recht erinnere, oder sogar noch ein drittes. Und es ist immer ein guter Punkt, um Material zu testen. Das wird von euch gar nicht so wahrgenommen, aber dieses Jahr haben wir auch besondere Felgen dabei. Und da werden wir erst drüber berichten, wenn wir die dann auch gut gefunden haben nach dem Urlaub. Aber wir testen relativ viel Zeug auf La Palma. Auch ich werde wieder Roam und Edge gegeneinander testen auf der Insel. Das ist die beste Zeit, wo ich A gegen B vergleichen kann. Ja, vor allem genau das. Und wir fahren tatsächlich dieses Jahr das erste Mal nicht mit Rennrad. Also wir waren bisher, glaube ich, auch noch nie Scheiben gebremst da. Immer mit unseren Rennrädern Felgen gebremst noch. Also wirklich reine Rennradtouren. Letztes Jahr hatten wir die Opens schon, aber da stand das irgendwie noch nicht zur Debatte, die mitzunehmen. Da hatten wir das normale Open. Und jetzt mit dem Open Wide haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, wir waren jetzt ja nun auch schon, ich fahre jetzt bestimmt fünf, sechs Mal da. Also letztes Jahr wollten wir das schon machen. Und der Grund war, Olafs Rad, also einer, der mitgeflogen ist von unseren Freunden, das Rad war nicht fertig. Und dann haben wir gesagt, ja, Schitter war drauf. Wir freuen uns auch mit den Rennrädern reinzufliegen. Also letztes Jahr stand das eigentlich schon in der Überlegung. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir sagten, naja, wenn müssen wir alle die gleichen Waffen haben. Genau. Und jetzt, dieses Jahr haben wir tatsächlich alle, fahren wir alle mit dem Open Wide sogar dahin. Also wirklich komplett das... Einmal zwölffach. Graveligste, was geht. Und hatten uns überlegt, auch mal einen Teil der Insel jetzt zu erkunden, den wir mit Rennrädern logischerweise nicht erkunden können. Und haben dafür 27,5 Zoll Mountainbike-Bereifung genommen, um jetzt praktisch die Teile der Insel zu entdecken, wo wir sonst nur wandern können. Genau. Also wirklich. Und das... Da werden wir ja auch irgendwie Flatpedals auf die umziehen. Also die Klickpedalen runter, Flatpedals mit Wanderschuhen. Genau, weil wir auch viele Passagen haben, die nicht fahren. Genau. Da werden wir sicherlich das eine oder andere mal absteigen müssen, das Rad tragen, schieben oder was auch immer müssen. Und das einfach mal gucken. Wir wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt da. Aber das ist ja auch schön, dass man nicht weiß, was auf uns zukommt. Jedenfalls kann das Rad schon ganz schön viel. Und dann haben wir uns entschieden, einen zweiten Laufradsatz noch mitzunehmen. Für eine Marke, die wir auch neu aufnehmen. Also ein paar Sachen müssen wir ja auch noch als Überraschung lassen. Willst du jetzt nicht sagen, welche? Nee, will ich nicht sagen. Ein paar Leute können uns ja bei Strava dann folgen und dann die Fotos gucken, dann sehen sie das schon. Das ist relativ safe, dass wir die Marke fest aufnehmen werden. Aber das Zünglein in der Waage ist jetzt eigentlich der finale Test noch mal auf der Insel. Und das sind 28 Zoll Carbon Felgen, 3 bis 4 Zentimeter Bauhöhe, breite Felgeninnenbreite. Und du weißt es ja auch alles. Und dann haben wir gedacht, wir wollen ungefähr 40 Millimeter breite Reifen fahren. Also wenn wir dann auch die Straße fahren, werden wir auch nicht mehr auf 25 oder 28 Millimeter zurückfallen, sondern auch wirklich auf 40. Es ist ja auch nicht unser Trainingslager, es ist ja Urlaub. Ja, vor allem war ja die Idee, dass Waid wirklich, während ich mein Upper ja so aufgebaut hatte mit 47 Millimeter Byway oder Horizon, was auch immer man da fährt, und dann richtig Rennrad, Laufradsatz. Finde ich das beim Waid gar nicht so schön, weil erstens ist es ein breiterer Rahmen auch. Und es ist ja auch ein bisschen anderer Anwendungszweck. Es ist ja eher so ein Reiseberg irgendwie hochübersetzt, weite Übersetzung, Rad und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, da finde ich aber dann tatsächlich die Geschichte mit den ganz breiten Mountainbike-Reifen. und dann genau diese, ja, nennen wir es mal, wie es früher beim Crosser war, eigentlich noch breiter als beim Crosser, aber mit glatter Lauffläche, sodass man einfach einen breiten, notfalls auch mal fürs schottrige Gelände tauglichen Reifen da drauf packt. Genau. Und so ein bisschen, ja, Endurance, ja, Marathon, was auch immer fahrmäßig, wo man sagt, da kommt es jetzt nicht auf das letzte Quäntchen Geschwindigkeit raus, wo ich beim Upper immer noch sage, okay, da ist auch ein aerodynamischer Laufradsatz drin, haben wir da jetzt ja 40 Millimeter, aber es liegt, glatte Lauffläche war unsere Idee. Glatte Lauffläche und 28 Zoll, bisschen Aero, aber nicht zu viel Aero, wir wollen ja eh breite Reifen drauf machen, nicht zu viel Gewicht, guter Grip, also wir werden das jetzt, und dann haben wir ja auch, können dann gut darüber berichten, wie unsere Wahl dann war nach der Zeit. Jetzt im Vorfeld ist es alles nur Gedankenspielerei, ja, also das, was klar ist, mit dem Mountainbike-Reifen, das ist klar, dass man das in dem lavasteinigen Gelände dann braucht, das geht nicht anders, ja, und wir fahren halt, das ist ja auch nochmal die Info, jetzt jeweils mit zwei Laufradsätzen auf die Insel mit einem Rad, auch als Flugreise. Genau, genau, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal. Ihr bekommt, glaube ich, beide in eure Koffer rein, in diesen EWOC XL-Koffer, glaube ich, den ihr fahrt. Ich bekomme nicht beide rein, aber ich habe das jetzt gesehen, dass wohl bei meiner Fluggesellschaft letztendlich nur, ja, 25 Kilo hatte ich frei, oder 20, habe ich nochmal fünf dazu gebucht, das heißt, ich habe dann zwei Gepäckstücke, und ich glaube, das ist Gesamtgewicht. Der zweite Laufradsatz wird ja auch nicht mehr als fünf Kilo wiegen. Ne, genau, und dann haben wir da die zwei Laufradsätze. Das machen wir das erste Mal, dass wir sagen, wir fliegen mit zwei Laufradsätzen, aber das ist auch mal gut, weil wir wollen das ja auch ein bisschen dokumentieren, austesten, tatsächlich glatte Reifen in Dick zu finden, war gar nicht einfach. Ne, war gar nicht einfach, und haben da mehrere Sachen jetzt getestet, und ja, wir können das zwar jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich wirst du den Schwalbe G1 fahren, als Speed. Genau, G1 Speed, glaube ich, genau, ja. Und ich werde, wenn alles klar geht, wahrscheinlich einen nicht tubeless freigegebenen Reifen fahren von Conti. Das ist der Conti Contact, tatsächlich ein sehr günstiger Reifen, weil mir das Profil sehr gut gefällt. Also ich bin ein großer Fan von diesem Profil. Das kommt meinem Schlauchreifenprofil auch sehr, sehr nah. Und es ist auch ein Witz, dass dieser Reifen gar nicht teuer ist, so ein 20-Euro-Reifen. Aber der ist nicht tubeless freigegeben, das heißt, ich kann euch gar nicht dazu anstiften, diesen Reifen zu fahren, weil... Ja, Mitchell auch sonst, ne? Das kommt auch nicht in Frage. War das dann schon tubeless? Ja, wir haben auch andere Reifen getestet. Und wenn da irgendwas nicht so zu unserer Zufriedenheit war, dann bin ich nicht der Typ, der da in die Kerbe reinhaut und sagt, warum das oder dieses oder jenes. Eine gute Alternative wäre tatsächlich der WTB-Buyway gewesen, den es auch als 28-Zoll-Reifen gibt. Den finde ich auch richtig klasse. Der ist auch richtig schnell. Du hattest auch mal so ein Speed-Video da gemacht im Vergleich zum Rennrad. Wir haben uns nur dagegen entschieden, weil er nicht komplett slick ist. Also an der Seite hat er halt diese kleinen Stöllchen. Der ist natürlich schön für den Feldweg und etc. für die Alternative auf Asphalt zu fahren auf der Insel jetzt, brauchen wir das nicht. Ja, aber auch nur, weil wir ja sagen, wir haben ja einen stolligen Reifen drauf. Dann haben wir den Mountainbike-Reifen dabei. Genau. Wir haben ja einen beim Mountainbike und dann nehmen wir den noch mit. Deswegen haben wir den jetzt so... Ja, zumindest ich habe dann auch gesagt, dann nehme ich einen ganz slickigen. Was wir noch sagen können, ist für welche Übersetzung wir uns entschieden haben. Na gut, wir hatten schon gesagt, dass wir keinen Umwerfer mehr fahren. Einmal zwölffach, aber mit der SRAM Mountainbike-Geschichte hinten haben wir uns entschieden. Genau, Igel. Ja, das ist ja so, wie ihr unser Weid auch schon aus den Videos kennt. Da haben wir dann wirklich hinten die 10-50er-Kassette, vorne 40er- oder 38er-Kettenblätter. Ich glaube, ihr habt 38, ihr habt 40. Es wird ein bisschen der Topspeed verloren gehen, aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig, nachdem ich jetzt sowieso schon einmal die ganze Tapete abgerissen habe. Ne, aber damit haben wir natürlich auf der Insel auch wirklich eine entspannte Zeit, wo man sagt, man kann auch mal die steilen Stücke einfach mal mit einem niedrigen Gang da hochpedalieren und sich ein bisschen quatschen. Also wir fahren da ja nicht immer auf Tempo oder überhaupt selten auf Tempo, dass wir sagen, wir geben jetzt mal alles da am Berg. Und das ist dann so ganz schön. Das sage ich auch, das Weid ist auch wirklich ein schönes Reiserad in Anführungsstrichen. Naja, und dann gucken wir mal, dass das das erste Mal mit den Rädern sitzen. Und dann werden wir mal darüber berichten nach dem Urlaub. Und ich denke, für den einen oder anderen ist das auch wichtig. Wir machen nicht einfach nur so Urlaub. Das machen wir natürlich im Vorfeld, ist das der Plan, Urlaub zu machen. Aber wir testen auch immer relativ viel. Genau. Das kommt vielen von euch dann auch zugute, weil meistens berichten wir über die Sachen ja so, wie wir sie sehen. Ja, ich bin ganz gespannt. Das Weid kennt ja bisher nur Schlamm im Dystar. Dass man das wirklich mal im, und kennt auch bisher nur die dicken Mountainbike-Reifen. Ich bin das noch gar nicht mit einem anderen Laufradsatz gefahren. Also es wird auch spannend, das mal alles auszutesten. Ja, das steht jedenfalls an. Was noch ein ganz kleiner, ja, bei den Flug buchen, da hätten wir ja fast auch in die Tonne gegriffen, ne? Ja, man lernt nie aus in seinem Leben, ne? Ja, also wir haben den Flug gebucht im, wir können das ja sagen, bei der Firma Condor. Da war sie ja noch nicht mit irgendwelchen Insolvenzgesprächen mit Thomas Cook im Gespräch letztes Jahr im Sommer schon rechtzeitig gebucht und haben auch die Fahrräder angemeldet. Und dann wollten wir eigentlich mehrere Sachen dazu buchen zum Fahrrad und die Grundidee war eigentlich, ach, lass uns doch noch ein Fahrrad dazu buchen, was soll's. Also noch ein Fahrradkoffer, da die drei Laufradsätze rein, das war die Idee. Genau, also nicht in einem Fahrradkoffer noch ein Fahrrad rein, sondern alle drei Laufradsätze in einem zusätzlichen Fahrradkoffer und dann rufe ich da an und sage, ich würde ganz gerne noch ein Fahrrad dazu buchen. Ne, ne, zu buchen, sie haben ja sowieso schon keine Fahrräder mehr gebucht. Ich sage, wie, ich habe doch eine Bestätigung. Für die gebuchten Sachen. Und dann sagt sie, nee, wir haben ihnen doch eine E-Mail geschrieben, wir haben das storniert. Ich sage, wieso stornieren Sie was? Sie sagte, ja, für Platz für Fahrräder gibt's doch nicht mehr. Ne, die E-Mail war ja noch eine andere. Ja, dass erstmal die Flugzeit sich ändert und dann war die Bestätigung halt, in dem Zusammenhang sind die Fahrräder nicht mehr mitfliegbar. Aber der Witz ist, es kommt eine E-Mail, ihr Flug wurde umgebucht. So eine E-Mail kriegst du, wenn du früh buchst, kriegst du die hundertmal im Jahr. Ja, aber ich gucke mir doch einen Tag vorher, ob meine Flugzeit geblieben ist oder nicht. Und da habe ich halt komplett ignoriert. Witzig dabei war es, dass sie die Fahrräder nicht umgebucht haben und sie auch nicht mehr buchbar waren, weil gar kein Platz ist. Und das ist nicht so witzig. Und da hätte ich jetzt einfach nicht gesagt, ich hätte ganz gerne noch ein Fahrrad dazu gebucht, hätte ich es gar nicht mitgekriegt. Du hast am Flughafen gefahren und gesagt, ja, ihre Fahrräder haben wir rausgeschmissen. Jetzt wäre es wandern gegangen. Wäre ich wandern gegangen, das ist auch schön auf der Insel. Es ist tatsächlich so, dass die E-Mail kommt, wir haben ihren Flug auf eine andere Zeit oder auf eine andere Fluggesellschaft umgebucht und dann steht irgendwo ganz klein im Nebensatz, das ist ja nicht so, dass da seht ihr, hier buchen sie neu, sondern es steht, eventuelle Sonderzusatzbuchungen entfallen damit. Irgendwie sowas. Und dann, als ich mit denen telefoniert habe, habe ich das auch gesehen. Du bist halt mit denen, du hast glaube ich ja für Olaf mitgebucht. Genau, wir haben jetzt umgebucht. Ja. Und das heißt, wir fliegen jetzt nicht mehr mit der Condor, die können mich mal, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, hier rein. Und haben jetzt Gott sei Dank einen Ausweg gefunden, fliegen jetzt mit einer anderen Gesellschaft. Ja, wir erzählen euch das jetzt hier hauptsächlich deshalb, weil in die Falle kann man immer wieder treten. Also wenn ihr solche E-Mails kriegt, genauso diese blöde Falle, dass man bei, ich glaube, bei Ryanair oder sowas, wo man sich online einchecken muss, obwohl man auch sowieso zum Schalter rennen muss und wenn nicht zahlst du irgendwie 50 Euro, 60 Euro für die Bordkarte ausdrucken oder was. Ja, ja, also dieses immer online einchecken und die Fluggesellschaften, die, das ist alles fast scheinbar. Spaß macht das nicht mehr. Ja, das ist schon kein sauberes Geschäft oft. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Aber Geschmäckle. Ja. Also, liebe Firma Gondor, ihr müsst das ertragen, dass ich euch jetzt doch gar nicht mehr lieb habe. Ja. Ja, dann nehmen wir Ersatzteile mit, natürlich scheibengebremsen. Wenn wir scheibenbremsen, nimmst du eigentlich in dem Fall Hydrauliköl auch mit? Müssen wir auch mitnehmen, ne? Ne, Hydrauliköl nehme ich nicht mit, aber ein Entlüftungskit nehme ich mit. Okay. Hydrauliköl ist kein Problem. Ja, das kriegst du ja auch unten, da ist ja so ein Mountbatten. Ja, das ist nicht das Thema. Aber ich nehme tatsächlich das Entlüftungskit mit, falls da irgendwas mit der Bremse ist, dass ich es zumindest dabei habe. Weil wir fahren nun alle SRAM, das heißt, ich brauche nur, dass da ein Entlüftungskit für SRAM mitnehmen. Dann sicherheitshalber eine Bremsscheibe nehmen wir mit, falls irgendwas verbiegt oder sonst wie gut. Genau. Ja, sowieso immer noch mal Ersatz am anderen Laufradsatz. Und was nehmen wir denn sonst noch mit? Naja, also... Das Übliche, so ein bisschen Pannenkram. Ne, sonst, also ich werde zwei Helme mitnehmen, weil ich auch zwei verschiedene Helme teste auf der Insel. Aber das ist auch wieder eine Testsache, was das nur zumindest am Rande, dass ihr wisst, auch ja, zwei Helme teste ich da auch wieder. Nicht, dass ich die Helme teste mit hinfallen, sondern einfach, wie die Passform so ist und um nichts anderes geht es dabei. Ja, was haben wir noch? Schaltauge ist immer nicht doof mitzunehmen. Carbon-Paste nehmen wir immer mit, falls mal was ist. Genau. Wie solche Sachen. Drehmomentschlüssel nehmen wir nicht mit. Auch ganz wichtig. Da vertrauen wir deinem Gefühl im Arm. Das ist immer ganz witzig, dass ich immer keinen dabei habe. Ja, gut. Ne, das ist so viel dazu. Wir werden sicherlich danach berichten, wie alles war. Hoffentlich, naja, wir gucken mal. Also hoffentlich fällt auch das eine oder andere Video da an, was wir drehen nebenbei. Aber es kann auch sein, dass man so in Urlaubsstimmung ist, dass man gar keine Lust hat zu drehen. Das machen wir spontan. Ich freue mich jedenfalls auch jetzt mal neue Strecken zu erkunden. und auch wenn wir schon wissen, wir müssen Passagen tragen und schieben, aber es geht uns nicht um das Trainingslager, haben wir jetzt ja nur mehrfach gesagt. Kann man sich in dem Zusammenhang auch mal, weil wir jetzt ja mit diesen unterschiedlichen Reifenbreiten fahren oder mit breiteren Reifen und es gibt von SRAM einen ganz coolen Link, den könnt ihr euch mal durchlesen. Da geht es um Reifenbreite und Übersetzung, dass man ja auch vielleicht kleinere Gänge mit dickeren Reifen fahren sollte oder mit 650b, anders als mit 700c und so weiter. Den können wir ja mal verlinken. Den verlinken wir nochmal. Deswegen, auch wegen der Übersetzung ist es natürlich auch gut, da mit den dicken Reifen unterwegs zu sein. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das nochmal genau sagen für Leute, die nicht genau in der Thematik drinsteht. Du hast jetzt vorne ein 40er Kettenblatt drauf und hinten die Kassette 10 bis 50. Die Mountainbike-Kassette. Ich habe vorne ein 38er Blatt drauf und hinten die gleiche Kassette. Also wir fahren alle hinten die 10, 50er Eagle-Kassette. Genau. Das ist der Plan. Gut, dann das Thema Kettenverschleiß. Ja. Da habe ich mich jetzt überhaupt gar nicht drum gekümmert. Ich habe das zwar zur Kenntnis genommen, dass da Kommentare waren. Die im echten Leben, du kümmerst dich da ja gar nicht drum. Nee, genau. Und da habe ich gedacht, dann wird das ja alles auswerten, was da jetzt für Antworten gekommen sind. Wie lange fährt man seine Kette? Wie verschleißt die? Wie oft wird die gewechselt und so weiter? Warst du denn zufrieden mit den ganzen Kommentaren? Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute es wirklich so übertreiben, die Kette so lange drauf lassen. Also ich weiß das ja schon aus vielen, vielen Jahren, auch aus dem Einzelhandel und aus der Werkstatt und aus Eigensache, dass im Laufe der Jahre von 7, 8, 9, 10, 11, 12, jetzt 12-fach die Ketten nicht mehr so viel Kilometer durchhalten, wie sie früher mal durchgehalten haben. Das ist ja offensichtlich. Und ich habe früher schon mit so einer Rohlauf-Achtfach-Kette nicht wirklich 10.000 Kilometer fahren können. Heute komme ich in diese Bratulie nicht rein und gucke mir das eher bei den anderen Rädern an, weil ich ja gar nicht mehr so viel fahre. Das heißt, für mich ist das jetzt nicht so kritisch, weil ich ja eh nur 2.000 bis maximal 4.000 Kilometer im Jahr zusammenkratzen kann. Und dann auch noch auf Räder verteile, das ist für mich ja eine Lachnummer. Aber meine Empfehlung für die Leute, jetzt wollte ich das im letzten Podcast nicht sagen, weil ich euch auch fragen wollte, in der Regel, und so hat es auch die Mehrheit der Leute gesagt, gibt es, wenn ganz wenige Leute haben berichtet, dass sie über 5.000 Kilometer aus der Kette so rauskitzeln. Es gibt dann immer viele, die sagen, ja, ich pflege meine Kette super und hier und da und ich schaffe über 10.000. Das war auch, da gab es auch ein paar E-Mails, die mich dann auch wirklich überrascht haben. Also das überrascht mich wirklich, wenn jemand mehr als 10.000 Kilometer aus der Kette raus ist. Auch nach diesem Podcast werde ich wieder 10 E-Mails bekommen, die sagen, ich schaffe das und ich messe das nach und etc. Alles okay. Die Mehrheit der Leute, und wir haben bestimmt mehr wie 50 Zuschriften dazu bekommen, wir haben auch viele Kommentare bekommen, hat so eine ungefähre Haltbarkeit zwischen 4.000 und 6.000 berichtet von der Kette. Finde ich ja auch schon super. Das heißt, wenn du so ein Vielfahrer bist, ich nenne ja Vielfahrer, die 10.000 Kilometer im Jahr fahren, dann im Prinzip zwei Ketten im Jahr zu machen, das ist ja echt super. Also das ist wirklich, wirklich klasse. Wenn man jetzt sagt, so eine Kette kostet zwischen 25 und vielleicht 40 Euro, mal irgendwie in der Preisklasse. Was tut es euch weh, wenn ihr einfach sagt, pass auf, ich schon das einfach ein bisschen mehr, sollte die Kette sich annähernd nicht mehr perfekt auf die Ritzel passen. Wir nennen das ja immer, dass die Kette sich gelenkt hat. Auch da gibt es von den Begrifflichkeiten immer natürlich, wie man das genau darlegt, aber ihr versteht ja, wenn ihr die Kette demontiert und legt die dann neben eine originale Kette, ah, irgendwie ist die jetzt länger geworden. Deswegen sprechen wir davon von Kettenlängung, damit jedem klar ist, worum es geht. Und dann passt die Teilung der Kettenlieder mit dem Ritzeln und mit den Kettenblättern nicht perfekt. Und um dem vorzubeugen, weil Kettenblätter und insbesondere ein Ritzelpaket auch, das Ritzelpaket, dadurch, dass es ja kleinere Zähne hat, ist davon viel mehr vom Verschleiß betroffen. Und das möchte ich eigentlich ungern für 200, 300 Euro, wenn ich jetzt so ein luxuriöses Ritzelpaket habe, wechseln. Dann wechsle ich doch lieber eine günstige Kette. Dann ist die Empfehlung, und das ist das Feedback jetzt nach diesen ganzen Sachen, mach das nicht länger als 3.000, 4.000 Kilometer. Weil nicht bei dem Preis. Also muss ich, ich auch ertrage das, aber meine Meinung nach ist, wenn ich mich im Bereich zwischen 25 und 40 Euro bewege, muss das nicht 10.000 halten. Das ist schön, aber es muss es auch gar nicht. Ja, also so wie ich das mit meinem Laienverständnis mache, ist ja tatsächlich so, ich fahre so eine Kette ewig. Also es war auch ein Kommentar, der halt eben nicht mit Kettenmesslehre oder irgendwas gemessen hat und hat ganz stolz geschrieben, ja kann man 10.000 Kilometer fahren, die ist dann zwar ein Glied länger als die alte, fand er dann so ganz gut. Und dann habe ich halt auch gesagt, naja, aber in dem Augenblick, wo du dann die Kette wechselst, dann passt ja Kette und Ritzelpaket nicht mehr zusammen, weil ja dadurch, dass die Kette länger wird, wird hinten, wird das Ritzel ja auch anders ausgefressen sozusagen. Weil die Kugeln einfach nicht mehr da sind, wo sie eigentlich hingehören. Genau, also mit der Haltbarkeit, die Empfehlung, die ich jetzt hier, es muss ja auch mal Tacheles gereden werden, also eine Empfehlung, die ich jetzt für 11- und 12-fach Ketten so rausgebe, wenn ihr euch das vom Portemonnaie durchaus leisten könnt, dann reizt das bitte nicht jenseits von 6.000, 7.000 Kilometer raus. Ob das denn wirklich sein muss, ich verstehe das, für den einen oder anderen ist das sehr wichtig, es ist wie ein Spiel, kann ich noch 10.000, kann ich noch 1.000 Kilometer mehr fahren. Ja, eben meine Empfehlung ist, und die Mehrheit der Kunden bestätigt es eben auch, auch in einer Größenordnung, die ich noch nicht mal durchwinke, ich würde so bei 3.000, 4.000 schon mal sagen, komm, kommt einfach weg das Ding für den Preis. Viele Kunden liegen so zwischen 4.000 und 6.000 als Feedback und das halte ich auch für sehr realistisch. Again, es kommt immer darauf an, wie pflegt ihr die Kette, wie viele Berge fahrt ihr. Leute in Flensburg haben einen anderen Kettenverschleiß als Leute in Garmisch. Und wie viel Watt gebt ihr in das System? Wie viel Watt ihr ins System gebt und wie viele Sprints man macht, wie viel Ortschild-Sprint man macht, all diese ganzen Sachen hat einen massiven Einfluss auf die Kette. Das ist doch sonnenklar. Und deswegen gebe ich ja nun mal so eine Empfehlung, denkt mal darüber nach, ob es wirklich mehr als 3.000 Kilometer sein müssen oder ob es wirklich auch Peanuts ist, diesen Preis der Kette eben zu investieren. Und mit einem Kettenschloss heutzutage kriegt es doch auch fast jeder zu Hause alleine hin, muss doch nicht mal in die Werkstatt. Zu der gelenkten Kette einmal noch. Das ist ein beliebter Punkt, wo dann die Werkstatt einen auf die Mütze kriegt von den Kunden und die Werkstatt dazu nichts kann. Es gibt ja oft den Punkt, dass Leute dann so ein Fahrrad reinbringen, sagen, ich hätte ganz gern mal eine neue Kette. Die Kette ist total gelenkt, also komplett abgerockt und dementsprechend das Ritzel hinten auch ausgefräst. Und dann steht das dann auf dem Auftrag. Der Kunde möchte einfach die neue Kette haben. Dann kriegt er die neue Kette und kriegt dann den Anruf von der Werkstatt. Geht nicht, ihr Ritzel ist auch hin. Und dann gibt es natürlich diese resistenten, die beratungsresistenten Kunden, die sagen, ich habe es doch ganz klar gesagt, ich will nur die neue Kette. Nichts bitte mehr machen, habe ich verstanden. Und dann muss man wirklich eigentlich dem Kunden die alte Kette wieder drauf machen, weil es gibt diesen Riesenstreit. Es gibt die neue Kette, aber das Ding klackert und rackelt und scheitert nicht. Weil dann das Ritzel ist schon so Haifisch, wir nennen das immer die Haifischzähne, wenn die Zähne hinten so spitz aufeinander laufen, so richtig ausgefräst sind, dann hast du eine tolle neue Kette und die harmoniert gar nicht mehr mit dem Ritzel. Vor allem wird die Kette dadurch auch relativ schnell wieder kaputt. Genau, also es ist eine Never-Ending-Story. Und deswegen, als finale Sache eigentlich dazu, denk drüber nach, muss das wirklich so ausgereizt werden oder bin ich halt einfach ein bisschen präventiv früher dran, dass ich sage, komm, ist jetzt nicht so ein riesenfinanzieller Akt und ich kann es sogar selber, mach die Kette vielleicht bei 3.000, 4.000 Kilometer runter. Und natürlich grundsätzlich nicht, dass da was passiert, weil du jetzt zum Beispiel viel La Palma gefahren bist, viel am Berg gefahren bist, viele Steigerungen mit viel Wattleistung da gefahren bist. Nimm die Kettenmesslehre, misst das nach. So eine Kettenmesslehre kostet keine 10 Euro. Haltet die da rein. Und dann, also wer das nicht weiß, ist so ein Stück Metall, das man dann so absenkt in das Kettengelied und dann kann man sehen, ist meine Kette eigentlich schon verschlissen in dem Moment, weil sie einfach sich ausgeleiert hat, länger geworden ist. Und das messt du ja auch bitte nicht nur an einer Stelle. Ja, zumindest mal. Ach so, wenn wir mal weiter drehen, das soll ich auch noch nicht. Genau, einfach an ein paar Stellen mal messen. Also um das zu verifizieren, dass es jetzt nicht nur mal so ein Punkt war, sondern grundsätzlich hat die Kette halt, die Längung ist ja gleich verteilt auf der Kette. Jetzt noch die Frage, gab es denn Unterschiede zwischen, was weiß ich, den teuersten High-End-Leichtbau-Ketten und sagen wir mal irgendwie eine robustere, günstigere Kette? Hast du da jetzt aus den Kommentaren was rauslesen können? Tatsächlich habe ich ja immer die meisten Kommentare gekriegt zwischen Ultegra und Dura-Eisketten, das waren die meisten. Ich habe ganz wenig Feedback zu anderen Marken gekriegt. Also es war dann mal, also müsste ich jetzt reingucken, jetzt habe ich meinen Laptop hier nicht dabei, aber es war glaube ich mal einmal KMC und was auch da Wippermann oder habe ich jetzt tatsächlich verdrängt, weil ich feststelle, dass die meisten Leute die originalen Ketten fahren. Auch ein schöner, eigentlich ein guter Punkt von dir. Die meisten Leute reflektieren darauf, ja ich fahre bei Shimano, Ultegra und Dura-Eiskette und bei SRAM die SRAM-Kette. Ganz wenige Leute haben berichtet, ah ich habe die und die Kette genommen und habe damit viel Erfahrung gemacht. Früher bei 8- und 9-fach waren noch sehr stark Rohlaufketten vertreten. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Also diese Kommentare gibt es da nicht. Aber ein Unterschied zwischen der Haltbarkeit zwischen den beiden Modellen, den teuren und weniger teuren, gab es jetzt nicht. Zwischen Ultegra und Dura-Eiskette ist ja gar nicht so ein Riesenunterschied. Die ist halt viel leichter, die Dura-Eiskette. Aber kann ich jetzt gar nicht bestätigen, dann müsste man eine Studie haben mit tausend Tests, dass die Leute da sagen. Ja ich hätte jetzt gedacht, ich hätte schon gesagt, naja so eine Dura-Eisk-Leichtbau wird wahrscheinlich schneller verschleißen als eine Ultegra, weil hätte ich jetzt so drüber nachgedacht, einfach so gesagt. Aber ob das jetzt stimmt, weiß man nicht. Genau, aber da wir ja über tausende von Kilometern reden, und du kannst es nicht vergleichen. Also dann müsstest du ja die Person A genau wissen, ach Mensch, mit der Ultegra-Kette hat da tausend Kilometer mehr ausgehalten als die Dura-Eiskette und den Vergleich habe ich nicht. Also dann müsste ich eine Studie in Auftrag geben. Ja oder selber mal tatsächlich die beiden fahren und gucken, was da rauskommt. Und dann musst du aber, selbst das schaffst du nicht exakt, das nachzubilden. Aber hey, das ist genau der Punkt. Ob ich die Ultegra oder die Dura-Eiskette drauf mache, das soll doch bitte einfach dein Fetisch an, wie leicht soll die Kette sein und wie viel Geld habe ich im Portemonnaie. Das kann doch jeder selber abwägen. Und wenn die Dura-Eiskette dann einfach 600 Kilometer weniger fährt, aber du stehst auf den Leichtbau, da ist doch die Antwort schon gegeben, dann machst du ja eine Dura-Eiskette drauf. Wie weit sind die preislich auseinander? Das doppelte so eine Dura-Eiskette? Nee, da habe ich mich jetzt gar nicht. Das geht zu weit. Das kann ich grob schätzen, das kann ich dann auch in der Wehrstadt nachfragen. Aber da würde ich dann einfach sagen, Mensch, das soll doch jeder selber entscheiden, wie wichtig ist ihm das Gewicht und welche Wichtigkeit hat das. Und auch, wie oft wechsle ich die Kette. Nehmen wir jetzt mich wieder als schlechtes Beispiel. Wenn ich keine Kette im Jahr verschleiße an meinem Rennrad, ist doch völlig wurscht, ob die Dura-Eiskette jetzt 20 Euro teurer ist, weil ich verschleiße sowieso nicht. Klingt jetzt ein bisschen drüber vielleicht, so meine ich das nicht, aber da mache ich mir wenig Gedanken. Ja, es ist tatsächlich das am Fahrrad. Fahre ich 20.000 Kilometer und sage, Mensch, ich brauche im Jahr vier Ketten, dann ist das wieder 100 Euro vielleicht, die ich jetzt rate. Ja. Ist doch okay. Ja, vor allem wenn man 20.000 Kilometer im Jahr fährt, hat man so gute Beine, da kommt es auch nicht auf jedes Gramm drauf dran. Das stimmt. So, dass über wie leicht ein Teil sein muss und wie viel Geld man dafür in die Hand nimmt, um Thema Carbonlenker, als ob ich einen Carbonlenker brauche. Natürlich brauche ich keinen Carbonlenker. Finde den aber sexy. Punkt. Aber sonst ist ja eigentlich jetzt letztendlich, das Fazit ist ja, Kette zu wenig gewechselt, macht man sich die teure Kassette kaputt, hat am falschen Ende gespart. Also das ist so das, was im Kopf bleiben muss. Lieber eine neue Kette kaufen für ein paar Euro, als dass man die Kassette hinten riskiert. Und dann lieber zu früh wechseln, als zu spät. Und das Fazit ist, die Mehrheit der Leute erreicht mit den Ketten so 5.000 Kilometer, was ich erstaunlich finde und mich da leicht überrascht sehe. Du hättest jetzt gesagt, drei bis vier maximal. Ja, das ist so. Nicht nur hätte ich gesagt, das sind auch so meine Erfahrungswerte. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich, wir fahren natürlich auch viele Höhenmeter, wo wir sagen, immer berghoch und rund. Wie kann sein, dass jetzt nach 1.000 Kilometern La Palma ist so eine Kette wahrscheinlich auch durch. Ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, es gibt so viele Faktoren, die hinzukommen. Entschuldigung, wie pflege ich die Kette und wie oft wird sie auch im Regen und im Dreck gemacht? Und wenn ich zum Beispiel unsere Mountainbike-Ketten angucke, mein Gott, müssen die leiden. Ja. Ja, aber hast du die jetzt eigentlich schon mal gemessen jetzt nach der Nacht? Meine Mountainbike-Kette? Nee, die von dem Weid jetzt, die wir ja auch leiden müssten. Natürlich habe ich die nicht gemessen. Die müssen wir nochmal machen, bevor wir losfahren. Ja, aber auch da, die wird einfach gewechselt. Fertig. Die kriege ich jetzt noch. Das ist ja zwölffach, da muss man auch gucken, weil zwölffach haben wir jetzt nicht wirklich an, also zwölffach hat noch keiner geschrieben, wie lange gefahren ist, glaube ich. Noch habe ich auch. Ja? Ja, habe ich auch Feedbacks. Was war denn da? Na, es ist das gleiche Spiel. Also was erstaunlich ist, dass keiner geschrieben hat, jetzt habe ich die Zwölffach-Kette und die ist ja auch erst, Force und Red sind ja auch tatsächlich noch nicht ein Jahr am Start. Da kann man jetzt auch nicht über zehn Jahre berichten. Aber es gab jetzt auch keinen, nicht eine Mail, der gesagt hat, mit der Kette konnte ich nur 1.000 fahren. Ja, ich bin auch noch nicht so weit. Ich habe auch noch nicht die viele 1.000 da mitgefahren. Ich habe jetzt, glaube ich, bei dem Open 1.000 erfolgt. Wir sind ja die Zwölffach-Ketten schon auf der Eagle gefahren. Und da habe ich jetzt, glaube ich, seitdem ich die Eagle auf dem Mountainbike, also Mountainbike, ich glaube, ich habe zwei Ketten jetzt erneuert da. Ach, hast du aber schon. Okay. Naja, gut. Berg, Dreck. Alpenquerung da mitgemacht. Einen Scheiß, ne? Ne, die Alpenquerung habe ich mit zehnfach, einmal zehnfach gemacht. Ja, wäre lange. Also das ist ja, glaube ich, noch dieser Geheimtipp, gibt es da nicht sogar so eine ganz robuste, günstige Gruppe mit neunfach noch auf dem Markt? Irgendwas habe ich mal gehört. Also. Das ist so eine Budget-Geschichte, die halt komplett auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Irgendwann. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Das ist, glaube ich, tatsächlich was, wo man wirklich noch mehr Kilometer wahrscheinlich mitfahren kann, mit neunfach oder so, wo das Ganze noch ein bisschen breiter ist. Mit den Zwölffach-Ketten Mountainbike für jetzt gerade auch das, was wir jetzt mit nach La Palma machen, da habe ich noch von keinem Kunden, auch bei mir selber nicht, eine Enttäuschungs-Mail bekommen, wow, die Kette ist jetzt ja schmaler geworden auf Zwölffach und bumms hält sie nur die Hälfte. Das Feedback, das kann ich ja hier auch sagen, das kenne ich nicht und das habe ich auch nicht bekommen. Okay. Ja, man muss ja auch sagen, wir waren ja mal im letzten Jahr bei SRAM, haben wir so eine Factory-Tour mitgemacht und da war auch so ein Bereich, wo die ganzen Sachen getestet werden. Alles, was die bauen da mit Zwölffach oder sonst wie, das wird ja auch auf Herz und Nieren getestet, die können es sich gar nicht erlauben, jetzt eine Kette auf den Markt zu bringen und nur 500 Kilometer hält. Also es muss schon alles in die Richtung von Elffach und Zehnfach auch gehen dann wieder. Ein großes Problem für alle Hersteller sind E-Fahrräder, wo die Kunden wie wild schalten, dann kriegt die Kette relativ viel Stress. Also auf E-Mountainbikes, auf E-Rennrädern, auf E-Tourenräder. Die schmale Kette auf den Ritzelantrieb ist nicht so das Problem, aber der Schaltvorgang, wenn Volllast der Motor gerade gibt und dann viele Schaltungen jetzt zum Beispiel bei Ultegra oder bei Force, wenn man elektronisch auf den Hebel drückt, dann rattert die Kette von ganz rechts nach ganz links. Das machst du mit Volllast auf dem Motor. Das könnte dazu führen, dass du die Kette schnell ruinest. Vor allem die Ritzel auch hinten. Das ganze System. Also da wirklich Gang für Gang schalten und vielleicht nicht Volllast immer. Das Volllast ist sowieso falsch. Das wäre ja so, als würden wir mit 300 Watt am Berg volle Pulle die Gänge durch mal landen. Da gehst du ja immer beim Schalten ohne Motor oder so wie als Rennradfahrer ist ja so, du entlastest und schaltest dann. Du schaltest ja nicht unter voller Belastung. Ich sage das ja nur deswegen, weil natürlich mit E-Antrieb, Mountainbike als auch jetzt neuerdings dann die Rennradfraktion ein paar Leute natürlich dabei sind, wie sage ich das jetzt charmant, die vielleicht nicht so die perfekt geübten Fahrradfahrer sind, die da so die Skills haben, wie man das so schalten sollte und dann ist doch egal. Ich drücke auf den Knopf, wird schon alles gehen. Ja, die Kette ist dann natürlich, die wird ruiniert und die Ritzel vor allen Dingen auch. Und das ist ja auch klar, wenn man, das weiß ich ja jetzt, fahre ich ja auch ein Levo von Specialized, wenn du da natürlich im Prinzip, wenn du das nicht wirklich als sportives Gerät bewegst und dann sagst, der Motor kann ja alles, frähst du das kleinste Ritzel hinten ab, weil du schaltest ja gar nicht was anderes. Du bleibst ja dann nur stehen. Das ist ja völlig egal. Du brauchst ja eigentlich die anderen Ritzel gar nicht. So wie wenn als normaler Fahrer an die Ampel kommt und sagt, Mensch, ich schalte mal in den mittleren oder in den leichten Gang, weil ich muss ja nach der Ampelphase auch wieder losfahren. Ja, das machst du bei dem Rad mal nicht. Was soll denn das? Drück einfach drauf, geht schon. Du kannst einen Singlespeed draus machen. Genau. Oder so einen Neunfach schalten, aber immer das gleiche Ritzel, dann kannst du das ein bisschen verteilen. Ja. Immer nur 10er Regeln. Ich habe 10 Gänge, sind aber alle gleich. Ja, aber das war schön und auch vielen Dank für die vielen Feedbacks und es war gar nicht so gedacht, dass ich so viel, dass wir, du hast ja nicht durchgearbeitet, aber dass wir so viel Rückmeldung bekommen. Ja, sehr cool. Fand ich gut und von daher gibt es jetzt auch die Auflösung hier in diesem Podcast, wo wir jetzt den Kettenverschleiß als Hauptthema machen oder unser Lappalmer. Genau. Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich schon fast durch heute. Extra schnell, damit ich stehen kann. Damit du wieder dich hinstellen kannst. Bleiben die Pics. Hast du das letzte Mal angefangen? Ich weiß auch noch gar nicht, wer anfangen soll. Soll ich mal anfangen heute? Ich habe eine Trinkflasche mitgebracht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Panzergranate. Steht da ein Name drauf? Hm? Ja, ja. Hast du das mit Namen bestellt? Konnte man so eingravieren lassen, aber ich glaube, das ist noch nicht mal graviert. Das ist so aufgeklebt, keine Ahnung. Okay. Halte ich hier mal in die Kamera. Das ist die sogenannte, ich glaube, das spricht man Flask aus. Also F-L-S-K. Titan oder Edelstahl? Das ist Edelstahl. Und es ist tatsächlich so, dass ich ja schon, ich habe auch eine Titan-Trinkflasche, die super leicht ist und so weiter und auch viele Edelstahl-Stahl-Trinkflaschen schon getestet habe. Sowas wie Clean-Kantin, Mio gibt es ja auch. Wir haben in der Familie auch vieles so im Umlauf. Die Kinder kriegen auch sowas. Dann haben wir auch Camelback-Kunststoffflaschen gehabt, die wir so im Alltag benutzt haben. Und dann hat tatsächlich meine Frau die hier entdeckt und hat gesagt, lass uns die mal ausprobieren, weil sie bei den Kindern auch wieder so ein bisschen vom Plastik weg wollte. Und tatsächlich, was man nicht sieht, was der Knaller ist, das ist eine Thermosflasche. Doppelwandig. Genau, die ist doppelwandig, aber doppelwandig, das ist nur so ein Millimeter. Und hier ist jetzt normales kaltes Wasser drin, weil wir haben hier so einen Wasserfilter, das heißt einfach nur aus der Leitung. Meine Frau macht da Tee rein, hält den ganzen Tag warm. Und das in einer Flasche, die das Format hat, dass sie zumindest in jedem Rucksack und... Also es ist keine Fahrradflasche. Leute gucken ja nicht nur den Podcast zum Hören. Ja, aber das ist 0,75 Liter und dafür hat sie noch eine wirklich kleine Größe und ist nicht größer als eine andere 0,75 Liter Flasche. Es ist vielleicht ein bisschen höher als eine Trinkflasche vom Fahrrad, aber von der Breite hat es tatsächlich die Maße einer Fahrradtrinkflasche und das ist ja auch so das Maß, worauf alles abgestimmt ist. Was heißt, wenn du einen Rucksack hast oder wo packt man Trinkflaschen rein, in einen Flaschenhalter im Auto oder was auch immer, da passt das alles zumindest meistens noch rein, was ich wichtig finde und die ist so ein bisschen handschmeichlerisch und die ist, was mich bei den Clean-Kantienflaschen immer so ein bisschen gestört hat, war dieser metallische Geschmack. Und das hast du ja, das habe ich dann, irgendwann habe ich diese Titanflaschen, damit ich das nicht mehr habe und die haben das hinbekommen, ja erstens ist die Öffnung klein, die würde ich jetzt mal sagen, so zwei, drei Zentimeter, also wie man es vielleicht von einer Wolvic oder was auch immer Trinkflasche kennt, vielleicht ein bisschen größer. Was hat die Öffnung mit dem Geschmack zu tun? Dass die Öffnung hier irgendwie ja glatt poliert ist. Also es ist scheinbar polierter Edelstahl, sodass ich nicht dieses metallischen Geschmack gefühle habe. Ach so, wenn du da jetzt dran mit den Lippen rankommst. Genau, ich trinke ja direkt aus der Flasche und wenn ich jetzt eine Clean-Kantienflasche zum Beispiel nehme, du bist ja immer an diesem Edelstahl mit den Lippen und hast immer dieses leichtmetallische Gefühl. Ist nicht schlimm, aber man hat es halt und das fällt hier irgendwie weg. Plus, dass ich diese kleine Öffnung generell auch zum Trinken angenehmer finde. Und da habe ich jetzt so viel dran, gebe ich dir jetzt nicht zum Probieren. Sieht, finde ich, auch extrem schick aus und bin ich ganz begeistert von. Und wie kommt man daran, dass dein Name da drauf ist? Das kann man bei dir und auf der Webseite kann man dann einfach eine Gravierung mitbestellen, kostenfrei. Okay. Und dann habe ich jetzt hier einfach Ingo Kuh, damit nicht der Nachname da voll drin steht. Das ist doch auch egal. Also für die Kinder war es, also ich habe es jetzt damit gemacht, einfach so zum Spaß. Für mich war es eher unwichtig, aber für die Kinder in der Schule fand ich es ganz cool, dass sie ihren Namen drauf hatten. Die haben das, für die Schule haben wir so 500 Milliliter Flaschen genommen, weil das andere wäre zu groß für deren Ranzen und so, auch zu schwer. Und das ist, ich bin völlig begeistert davon. Also ich habe ja schon, es ist ja einfach nur eine Trinkflasche, aber irgendwie, für Trinkflaschen kann ich mich ja auch beim Fahrrad begeistern, aber ich weiß nicht, es ist auch irgendwie so handschmeichlerisch, so ein mattes Gefühl, wie gesagt, trinkt sich gut draus und wird jetzt wahrscheinlich meine anderen Flaschen irgendwie ersetzen, die ich so habe. Also dann hat man ja auch irgendwann mal so eine Sammlung, aber auf jeden Fall cool. Verlinke ich euch, dachte ich, bringe ich mal mit, weil ich da so begeistert von bin. Also und nicht nur ich, also auch die ganze Familie ist völlig begeistert davon. Das ist doch gut, man hört es. Ja, ja. Das ist auch Sinn der Sache, die Picks zu nehmen, wo man, ich bin auch völlig begeistert. Ja, das sind so die Sachen. Ich bin auch völlig begeistert von meinem Pick, aber erstmal darfst du mich ausgeistern. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, deswegen machen wir das ja hier. Man findet irgendwas, wo man sagt, okay, irgendwie haben die noch mal was neu erfunden. Und der Witz ist ja, das ist, ich trinke ja gar nicht jetzt, dass ich mir hier Tee reinmache. Aber der Witz wird ja im Sommer sein, da ein Eiswürfel, irgendwie Leitungswasser, Eiswürfel rein, hast du den ganzen Tag kaltes Wasser. Und das ist so diese Nummer, eine normale Trinkflaschengröße. Und das ist halt das Besondere, wo du sagst, sie hat sogar Thermofunktion. Das heißt, du machst hier heißes Wasser rein und verbrennst hier auch nicht die Pfoten und es bleibt warm da drin. Das ist schon alleine geil. Auch wenn ich die Funktion momentan jetzt im Winter noch gar nicht nutze. Sie sieht viel stylischer aus als die Titanflasche. Die kannst du dir jetzt hier daneben stellen, wie unattraktiv die Titanflasche dazu aussieht. Möchtest du das tun? Nee. Warum denn nicht? Da steht sie doch. Also, handschmeichlerisch. Die Titanflasche sieht auch schon geil aus. Das ist auch schon geiles Design. Aber warte mal, haben die, haben die Weite? Ist 800 Milliliter? Pass auf, das sind nicht hier auf den Caster-Tipps. Man sieht, die sind von der Größe ein bisschen breiter. Aber es ist immer noch... Man sieht das übrigens nur in YouTube. Genau, wenn ich das in die Kamera halte. Wer das bei iTunes oder Spotify hört, den Podcast, der sieht es nicht. Diese Titaniumflasche ist aber auch ein Pick wert. Die schmeckt auch nicht metallisch. Ist das typische Clean-Kantinen-Design. Kostet ein Schweinegeld. Ernsthaft? Ein Schweinegeld? Aber das ist tatsächlich auch so eine Tasche, die viele, also die kommt aus dem Outdoor-Bereich von Leuten, die wandern und sonst wie, weil wo jedes Gramm zählt. Ja, aber eine Titaniumflasche ist natürlich wirklich auch... Das weißt du ja auch, wenn du Outdoor-Titan-Köchtöpfchen und sowas machst. Meine Herren, darfst du auch den dreifachen Preis bezahlen. Genau. Also es ist teuer, aber es ist halt auch wirklich, wenn du die leer in der Hand hast, denkst du auch, hast du nichts in der Hand. Das ist halt dieses... Diese Nummer, wenn du Outdoor-mäßig unterwegs bist, ist das schon ganz cool. Aber irgendwie... Ja, momentan Flask. F-L-S-K. Ich verlinke das. Gut, und... Ja, was hast du uns mitgebracht? Für meinen Pick bin ich auch total begeistert. Den hast du auch gesehen, aber du bist ja überhaupt nicht begeisterungsfähig für meinen Pick. Also in meinem neu eingerichteten Arbeitszimmer zu Hause war eine schöne weiße Wand und ich hatte gedacht, ach, wenn ich da arbeite, brauche ich ja auch irgendwas, wo ich gerne drauf gucke. Dann könnte ich mir ja ein Bild an die Wand hängen und dieses und jenes und dann habe ich den Schreibtisch aber direkt an der Wand und dann braucht man ja für ein schönes Bild eigentlich auch einen Betrachtungsabstand, also auch nichts. Und dann war schon immer mein Wunsch. Ich wohne nun mal am Deister und ich mag da gerne drauf zu gucken, wie die Wege sind und wenn wir unterwegs sind, gibt es ja unterwegs auch oft in den Wäldern so die Karten, die dann dargestellt sind für die Wanderer in schöner Größe, so ein, zwei Meter, eher zwei Meter breit. Und wir hatten schon oft darüber geredet, ich brauche auch so eine Karte zu Hause und dann kann man ja die, muss man ja mal gucken, wo kriegt man so eine Karte her. und das heißt, mein Pick ist, ich muss es tatsächlich ablesen, weil der Name für mich zu, LGLN heißt die, das ist das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, die habe ich einfach angeschrieben und habe gesagt, ich will eigentlich auch so eine Karte haben, wie sie da in den Wäldern ist und das ist jetzt für Niedersachsen, jedes andere Bundesland wird ja auch irgendein Amt haben für die Landesvermessung. In den Wäldern meinst du diese großen Aufsteller? Die Tafeln, wo man dann guckt, wo wandert man so lang und dann habe ich gesagt, wo kriege ich denn so eine schöne detaillierte Wanderkarte vom Deister her, die hätte ich ja ganz gerne und dann gab es zwei Punkte, die ich haben möchte. Ich möchte also nicht diese 1 zu 25.000 Karten, die schon sehr detailliert sind, die man bei der Bundeswehr auch so kennt, aneinander kleben. Ich habe also keine Lust, mir mehrere Karten aneinander zu kleben und ich brauche ja den Ausschnitt so, wie ich ihn gerne hätte. Also ich hätte zum Beispiel, ich hatte den Wunsch, ich möchte gerne den ganzen Deister von links nach rechts drauf haben und nicht nur Dreiviertel oder dass der Ausschnitt so passt, weil meine Wand muss ja damit perfekt gefüllt werden und ich hätte ja auch ganz gerne noch den Sündel dabei, der ist südlicher vom Deister. Also beides auf einer Sache und dann habe ich die einfach angeschrieben und deswegen kriegen sie den Pick hier für die Leute, die in Niedersachsen wohnen, die machen dir die Karte so wie du sie willst, als digitale Karte. Das heißt, du sagst einfach, der linke Punkt, der rechte Punkt und dann kriegst du das, jetzt halt dich fest, für 20 Euro als PDF-Link. Du darfst das nur für dich selber benutzen, Thema Nutzungsrechte, also Copyright. Ja, aber die 20 Euro ist ja echt für ein digitaler Link, war dann irgendwie 60 MB groß, das ganze Ding. Und dann kannst du es natürlich drucken, wie du willst. Wenn du es nicht im Maßstab haben willst, kannst du es ja auch sogar größer, ich habe es jetzt etwas größer gemacht, tatsächlich, als der Maßstab ist, weil ich die Karte in 1,60 Meter breiter haben wollte. Hättest du das auch noch angeben können vorher? Nee, das können sie nicht. Aber dann hättest du den Maßstab jetzt angeben können. Ja, genau. Also du gibst denen die Informationen. Ich habe jetzt 1 zu 25.000 angegeben und welchen Kartenausschnitt ich genau hätte ganz gerne, von wo nach wo. Du hättest jetzt sagen können, 1 zu 10.000 und was auch immer. Und du hast den Ortsnamen gesagt oder musstest du die Koordinaten durchgeben? Ich habe denen die Koordinaten gegeben. Das heißt, du hast dann irgendwo in irgendeine App geguckt? Oben links, unten rechts. Diese komischen 0,0 irgendwas Dinger da. Ja, war ziemlich gut. Ich hatte es noch einfacher gemacht. Ich hatte im Screenshot dann gemailt, dem Mitarbeiter. Wollte halt nur sagen, wenn ihr euch so eine Karte besorgen wollt, die Oldschool-Fraktion wieder, die lachen mich jetzt aus, die sagen, ich habe es ja nur digital. Aber ich wollte halt eine Karte nach meinen Wünschen haben, wo ich sage, den Kartenausschnitt will ich haben ohne Schnittkanten. Und jetzt kommt es noch on top. Ich wollte das nicht auf Papier haben. Weil Papier ist für mich ungeeignet. Ich wollte das gerne dann selber drucken lassen bei einer Druckerei auf LKW-Plane. Also auf richtig einer abwaschbaren Oberfläche. Und jetzt nochmal eine Nachfrage. Die Oberfläche, wie die Karte jetzt strukturiert ist, ob die jetzt topografisch, nicht topografisch, was auch immer, das kannst du auch auswählen. Das kannst du auswählen, welche Informationen du haben willst. Und das geht aber tatsächlich per Hand, per E-Mail. Du kannst nicht irgendwo klicken und machst dir das selber fertig. Es gibt Karten, die du dort klicken kannst. Die sind fertig. Und deswegen ist es mein Pick. Und wenn du damit nicht glücklich bist, was dir geboten wird, dann kannst du da auch sagen, ich hätte gerne das so und so und habe dafür 20 Euro bezahlt. Ist das denn was, was die offiziell anbieten oder war das jetzt Zufall, weil du die einfach angemeldet hast? Der hat gesagt, das ist kein Problem. Das ist eine Dienstleistung, die bieten wir an. Aber es steht nicht auf der Webseite irgendwo, wo man sagt, naja, ich... Das weiß ich nicht mehr, weil ich hatte dann ja so doof, wie ich bin, angerufen. Achso, okay. Zumindest haben sie es für mich so angeboten und ich denke, das ist ja, für die ist es ja auch nur, die haben ja die ganzen offiziellen Karten und wenn du dann sagst, ich hätte gerne die Karte so und so, denen geht es nur darum, dass du das Copyright halt bezahlst und natürlich jetzt nicht Werbeplakate dann mitdruckst und die ganzen Freunde mitmachst. Und die haben aber nur Niedersachsen-Angebote oder können die auf Deutschland zugreifen? Ich habe ja hier, das ist LGLN, Landesamt für Geoinformationen und Landesverwaltung. Da ist die Frage, ob die regional darauf zugreifen können oder nicht. Das könnte man ja dann nochmal fragen. Oder halt sonst... Für mich gab es jetzt das halt nicht. Also die Webseite ist lgln.niedersachsen.de LGLN. Das heißt, wenn ihr da jetzt in Bayern bist, ist es halt LGLB-Waterhandel oder sowas. Leute, jetzt geht es um meinen... Also ihr müsstet wahrscheinlich für euer Bundesland den Landesamt für Geoinformationen einfach mal durchgeben und gucken, ob ihr sowas für euer Bundesland auch findet. Und es ging ja nur darum, dass der Ablauf war super. Ich habe gesagt, was ich haben will. Sie haben mir einen Link geschickt, wo ich dann die Datei runterladen konnte. Und ich fand jetzt 20 Euro auch wirklich fair. Ja, das ist ein guter Preis. Und vor allem ist es natürlich tatsächlich geil, sich die Karte selber zu... Mache ich jetzt vom Kronsberg auch. Der Kronsberg ist jetzt ja auch echt riesig. Ja, ich nehme einfach einen Maßstab, dass ich ein größeres Poster drucken kann als du. Ja, und jetzt habe ich ja ab und zu mal Leute, die mich dann... Also Ole war ja auch schon da und ein paar andere Kunden waren schon da und Freunde. Und die sagten, das ist ja auch eine coole Karte. Das habe ich selber gemacht. Ja, die sieht auch echt cool aus. Und vor allen Dingen auf... Nicht Papier, sondern auf abwischbarer Folie finde ich super. Das ist auch dann sehr lange haltbar. Wir können wir uns hier bei uns... Wir haben uns ja umgesetzt hier im Podcast. Können wir gucken, ob wir hier hinten so eine Karte hinhängen. Von Linden oder was auch immer. Vom Lindener Berg. Von La Palma. Ja, von La Palma wäre auch super. Aber das würde natürlich von LGLN nicht funktionieren. Ja, das wäre natürlich geil, wenn La Palma... Die müssten das anbieten, aber dann natürlich in 3D. Mit den ganzen Höhenprofilen. Aber ich habe... Ich glaube, die Firma heißt Kompass tatsächlich. Von denen habe ich eine digitale CD, wo alles detailgetreu drauf ist. Von La Palma. Okay. Als CD. Die habe ich tatsächlich schon. Ja, also das... Wie gesagt, weil der Hintergrund... Normalerweise stellen wir immer was hin. Jetzt haben wir kein Regal mehr im Hintergrund. Wir mussten meinen... Oder ich habe mein Büro ein bisschen umstrukturiert, damit das Podcast-Studio sozusagen immer so stehen bleiben kann, wie es ist. Und man hier auch auf diesem Tisch mal ein Produktvideo drehen kann, sodass es halt schnell geht. Und jetzt haben wir aber nicht mehr diese Kommode, wo wir Fahrräder draufstellen können. Sollen wir mal gucken, wie wir das machen. Applaus, Applaus, Applaus. Wir haben nur einen Podcast, der anderthalb Stunden geht. Wie haben wir denn das hingekriegt? Ich lasse das jetzt... Wir können jetzt ja aufhören, uns verabschieden. Dann gehen wir raus und wir lassen den einfach anderthalb Stunden hier so einfach mal laufen. Ja, manchmal passiert das bei Podcasts. Ich habe letztens bei einem Podcast gehört, dann habe ich gesehen, auch dreieinhalb Stunden oder sonst wie. Und nach zwei Stunden, 50 war Schluss, war nur noch Leerlauf. Haben die irgendwie vergessen. Oder was auch immer. Da hat wahrscheinlich das Programm hinten was dran gehängt. Man weiß es nicht. Nee, sind wir durch nach anderthalb Stunden. Dann kannst du wieder aufstehen. Wir werden dann drei Stunden über La Palma berichten, wenn wir da waren. Ja, wir berichten vielleicht von La Palma. Who knows? Ja, genau. Vielleicht sind wir ja in Stimmung. Ihr müsst jetzt Gigabike-Videos angucken. Das hilft alles nichts für die nächsten Tage. Ja, dann haben wir es. Ja, super. Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Kendler. Danke fürs Zuhören. Schönen Urlaub von uns. Schönen Urlaub von uns? Ja, ja, also die haben ja den Urlaub von uns, weil wir nicht da sind. Hab ich erst gar nicht geschnitten. Naja, und ja, dann bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.